Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream auf Linux Guides. Ja, ich bin natürlich nicht alleine, wie wir das jedes Mal machen. Grüße in den Süden aus dem Norden. Hallo Jean. Hallo Hauke. Grüße in den Norden aus dem Süden zurück und ich winke jetzt mal heute nach unten, denn er sitzt heute genau unter mir. Das ist ja eigentlich so, wenn man das jetzt so geografisch sieht, eigentlich total falsch rum. Hätte man umgekehrt. Habe ich mir auch gesagt, habe ich mir auch gesagt. Aber ist mir auch erst eben aufgefallen. Naja. Ja, gut. Geografie machen wir ein anderes Mal. Genau, also heute geht es einmal um, genau, ich bin hier heute am Drücker. Heute tauschen wir so ein bisschen die Rollen. Du kannst dich so ein bisschen entspannt zurücklehnen. Ich mache heute den, ja, Bash-Casper. Da werde ich mal zeigen, was man so mit dieser, ja, Skriptsprache alles machen kann, die quasi auf jeder Ledungsdistribution schon vorinstalliert ist. Das ist nicht die schönste. Ich würde sagen, teilweise ist es einfach potestlich, aber sie erfüllt in vielen, ja, Belangen doch einfach den Zweck und man kann damit eine Menge machen. Da wir heute jetzt keine großartigen weiteren Ankündigungen haben oder nochmal ganz kurz, wenn ihr irgendwie bei Inkscape ein Bild einreichen wollt für den, wie heißt er jetzt, der Community, der About-Screen-Contest, dann dürft ihr bei Inkscape was einreichen. Gut. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung, aber ich habe gehört, du hast eine neue Webseite oder willst du das? Ich habe eine neue Webseite. Ha, tata. Ich habe eine neue Webseite, ich habe das Ganze einmal überarbeitet und das sieht jetzt so aus und so. Viel moderner. Also ich habe seit letzter Schluss, da gibt es meine ganzen Videos dazu und da gibt es mich natürlich, hallo ich selbst und weiter unten gibt es auch die Liste mit den ganzen Videos, die ich gemacht habe. Heute ist jetzt Jahrhundertvier rausgekommen, wie man SVGs besonders klein macht, jedenfalls von der Dateigröße her, was es da für Möglichkeiten gibt, denn im Rahmen von der Webseitenüberarbeitung habe ich mich mit sehr vielen Themen wieder auseinandergesetzt, mit denen ich mich vorher nicht auseinandergesetzt habe. Und, naja, 105 ist bloß die Ankündigung für diesen Livestream. Ja, zu mehreren einzelnen Sachen werde ich auch nochmal Videos machen, wie ich Dinge gebaut habe, denke ich mal zum Beispiel hier diese Grafiken da oder diese fotoähnlichen Dinge, die sind mit so einem neuronalen Netz entstanden. Da habe ich dann lange dran rumgetüftelt, bis das rausgekommen ist, was ich haben wollte. Dazu werde ich irgendwann nochmal ein bisschen mehr machen und, ja, genau, also da kommt eine Menge noch dazu, denke ich mal. Und, ach, ich mache jetzt auch mal Eigenwerbung, sonst haben wir ja immer, wenn du deinen Linux-Assistance, den wir, Assistant, genau, den wir letztes Mal hatten. Genau, genau, also ich mache ja alles mögliche, ich mache Schulung, Beratung, Support und Entwicklung und heute sind wir quasi im Bereich Schulungen. Wenn ihr für, ja, alles Mögliche, Linux-Open-Source-Bereich, jemand sucht, euch das mal beibringt, könnt ihr bei mir mal fragen, vielleicht kenne ich mich mit dem Themenkomplex aus. Ich habe hier auch drin das Ganze ein bisschen interessanter gestalten, so als Escape-Game könnte man machen oder, ja, für M23-Entwickler und für Administratoren und für allgemeine Beratung rund um M23, wie das in eurem Unternehmen oder sonst wie einzusetzen wäre, mache ich natürlich auch. Und, warum ihr Open-Source verwenden sollt, wenn ihr da irgendwie Beratung braucht, warum das in eurer Firma eventuell ein Thema sein könnte und was ihr da bei der Auswahl braucht, mache ich auch. Und, ja, im Moment sind wir so ein bisschen mehr in dem Bereich hier. Textmodus, zwar nicht unbedingt Debian und Administration, aber Bash-Entwicklung, genau. Und, was haben wir noch? Noch der Wunderkorb mit verschiedenen Dingen hier. Linux, ein bisschen HTML-Grundlagen, PHP, MySQL, MariaDB, CC++-Entwicklung, Skriptprogrammierung. Das machen wir nämlich heute mit der Bash. Und, wenn ihr das Ganze noch mal ausführlicher haben wollt, gerne einfach mal anfragen. Gut. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal rein. Gut, dann sind wir, denke ich mal, mit dem Werbeblock durch. Oder den Linux-Assistent, den auch mal anrufen. Nein, nein, nein. Der hat so viel Screen-Time schon auf Linux-Guides, sonst kriegen wir ganz viele D-Abos. Nein, Spaß. Der Kanal, der sich um ein Produkt dreht. Richtig, richtig. Gut, also ich würde sagen, von yours starten wir rein in das Thema. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich werde heute die ein oder andere Sache noch dazu lernen. Und ihr könnt auch gerne jetzt mitmachen an den Bildschirmen. Ich werde auch mitmachen oder natürlich auch in der Aufnahme sehr, sehr gerne. Und wenn euch irgendwelche Sachen unklar sind, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare unten schreiben. Da schauen wir dann auch noch mal die nächsten Tage drüber und helfen dann eventuell bei Themen. Beziehungsweise könnt ihr ja auch euch, ich sage mal, untereinander vielleicht auch noch mal austauschen. Also können wir hier gerne so ein bisschen als Lernplattform für die Bash-Programmierung sehen. Ganz, ganz viel Spaß wünsche ich euch allen. Und ich bin heute genauso Zuschauer wie ihr alle. Und ja, nur, dass ich einfach mal irgendeinen blöden Kommentar hinterlasse. Aber ich würde sagen, komm Hauke, ich bin sehr gespannt. Apropos Hilfe, das gibt ja von Linux-Guides auch das Forum, wo sich einfach Linux-Nutzer gegenseitig helfen können. Haben wir unten auch als Link drin, oder? Ist auch ein Link drin und ein wunderschönes Forum. Tatsächlich auch distributionsneutral. Das heißt, ihr werdet jetzt nicht gekillt, wenn ihr irgendeine andere Distro nutzt. Es gibt ja ganz viele Foren, die nur für eine ganz spezielle Linux-Distro da sind. Und Linux-Guides ist für alle da. Sehr, sehr gerne da auch reinschauen. Genau, denn das, was ich heute mache, ist eigentlich unabhängig von der Distribution. Das ist auch, würde ich sagen, einer der großen Vorteile von Bash. Also, genau, einmal da. Ähm, es ist eine eher hässliche Skript-Sprache. Also, die ist auch nicht unbedingt in sich hundertprozentig konsistent. Und einige Sachen da drin, würde ich sagen, hätte man schöner regeln können. Aber das Ganze ist auch schon relativ alt und schleppt von daher auch Altlasten von vor, sagen wir mal, gefühlt 30 Jahren mit. Von daher, die Skripte, die damals funktioniert haben, die werden wahrscheinlich heute immer noch mit der Bash interpretierbar sein, ohne dass es großartig Probleme gibt. Also, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund dabei. Ich habe mir für den Anfang einfach mal, ähm, ja, so ein Skript überlegt, was ich in ähnlicher Form auch habe. Es geht darum, um Fotos zu sortieren. Also, ich habe so ein Verzeichnis und da sind Unterverzeichnisse drin. Da schmeiße ich die Fotos rein, die ich mal gemacht habe. Und dann möchte ich quasi sortieren. Wenn ich da jetzt, ähm, ja, die Verzeichnisse, keine Ahnung, nach Tag oder so und einer kleinen Beschreibung drin habe, dann möchte ich halt da mal so durchgucken, ob das was ist, was ich überhaupt aufheben möchte oder ob ich das wegschmeiße. Mein Skript geht also erstmal diese Unterverzeichnisse einmal durch mit JPEG-Dateien und dann zeigt es mir die Bilder an über so ein einfaches Bild-Anzeigeprogramm. PQ-View heißt das. Ähm, nee, P-Q-I-V. Ähm, da kann ich dann mit Leertaste die einzelnen Bilder durchgehen und kann dann gucken, aha, ist das was, was irgendwie aufhebenswert wäre oder nicht. Wenn ich dann diesen Bildbetrachter wieder geschlossen habe, dann muss ich eine Taste drücken. Ich habe das so gemacht, L für Löschen, das Verzeichnis soll komplett weg. Oder wenn ich ein U drücke, ist das okay, ich möchte es aufheben. Und je nachdem, welche Taste ich gedrückt habe, kommt dann die Aktion durch das Skript entweder löschen oder in mein Aufhebeverzeichnis verschieben. Dabei wird auch dieses Unterverzeichnis, in dem die Bilder drin sind, mit verschoben. Also die, die Benennung mit dem Wochentag und mit dem Jahr und sonst was ist weiterhin mit drin. Das wird nicht alles in eins zusammengemüllt. Und das war jetzt erstmal so dieser Ausgangspunkt, was ich mir überlegt habe, wo man schon viel von dem Krempel machen kann, was in so einem Bash-Skript möglich ist. Kommt was hin mit der Größe? Oder soll ich ein bisschen kleiner machen? Ich finde es relativ groß. Also ich finde es auch sehr gut groß. Ich würde es, also ich finde es passt genauso, wenn es dir einen Ticken zu groß ist, mach es gerne nochmal einen Ticken kleiner. Aber ich finde, zu groß geht eigentlich nicht. Okay, also ich kann damit leben. Wir, denke ich auch. Genau. Also das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig lang. Ich habe das auch mit Kommentaren versehen. Das ist vielleicht eins der ersten Sachen, was man da macht. Man sollte Dinge kommentieren. Bei Bash setzt man hier diese Raute davor und je nach Editor wird es eben auch anders farbig eingefärbt, sodass das eben als Kommentar auch sofort optisch sichtbar ist. Eine andere Sache am Anfang, das ist auch ein Kommentar, also mit hier Raute, Ausrufungszeichen und dann das Programm, mit dem dieses Skript interpretiert werden soll. Also alles, was danach kommt, wird durch das Kommandozeilenprogramm Bash durchgejagt und das interpretiert das. Das geht auch mit anderen Programmiersprachen. Das könnt ihr auch mit PHP machen zum Beispiel. Dann würde da halt stehen, USR bin PHP. Aber in diesem Fall ist es halt Bash. Grundlegende Dinge erstmal, wir haben Variablen. Die werden ja nicht extra gekennzeichnet beim Deklarieren. Das finde ich nicht so schön, aber das hat jemand so entschieden, das ist so. Also wenn man einen Variablen Namen hat, wenn man ein Gleichheitszeichen und dann irgendwas zuweist, dann weiß Bash, das ist eine Variable. Da habe ich einmal dieses Verzeichnis mir ausgedacht, in dem meine Fotos drin sind, da sind die Unterverzeichnisse mit drin, das heißt nur Fotos und dasselbe eben für das Zielverzeichnis, was sortiert heißt. Und die Variable heißt einmal Org für Originalbilder oder Originalverzeichnisse und Gut für die gut sortierten. Das nächste, was ich hier habe, also ich mache das gleich nochmal genauer, als es hier drin ist. Ich habe da noch ein paar X Folien, also ich habe da noch, wie viel? Ich glaube, es sind genau zehn Folien, wo das Ganze nochmal genauer erklärt wird. Das ist quasi für euch auch immer so gedacht, dass in den Folien, wie ich hoffe, alles drinsteht, damit sich das soweit selbst erklärt, wenn ihr vielleicht nicht bei Null anfangt. Und wenn ihr schon mal irgendwie eine Programmiersprache in der Hand hattet und grundlegende Konzepte kennt, dann solltet ihr damit, denke ich, mal durchkommen. Also dann als nächstes, mkdir legt ein neues Verzeichnis an. Das ist ein System oder ein Befehl auf der Kommandozeile, den ich auch hier in meinem Bash-Skript verwenden kann. Der legt einfach ein Verzeichnis an. Kann ich auch mit anderen Shell-Varianten, wie zum Beispiel in der Cornshell oder was weiß ich, irgendwie so auch verwenden. Das ist wiederum komplett unabhängig von der Bash, lässt sich aber hier im Skript einfach verwenden. Dann möchte ich das Verzeichnis für meine guten Dateien, für die guten Verzeichnisse anlegen und dort nehme ich jetzt so ein Dollarzeichen. Denn da muss ich der Bash jetzt sagen, durch das Dollarzeichen, danach kommt ein Variablen-Name. Und durch hier die Anführungszeichen sage ich dem auch noch, alles, was dazwischen steht, gehört zusammen. Denn ansonsten könnte es sein, dass ich hier mkdir einen Namen übergebe, der ein Leerzeichen enthält. Also wenn ich jetzt hier sowas zum Beispiel hätte, würde mkdir Sor anlegen und Tiert ein zweites Verzeichnis draus machen. Wenn ich hier das Anführungszeichen nicht da und nicht da drumherum hätte, aber indem ich das jetzt da habe, würde er mir jetzt ein gemeinsames, also ein Verzeichnis, was Sor freifällt, Tiert heißt. Das ist natürlich Quatsch, aber es gibt ja hin und wieder mal Verzeichnisse, die einfach Leerzeichen im Namen drin haben oder auch Dateien haben. Und um damit umgehen zu können, brauche ich hier die Anführungszeichen. Dann, das nächste, kommt nachher auch nochmal genauer, das kann sein, dass dieses Verzeichnis schon existiert und ich möchte diese Fehlermeldung eigentlich nicht wissen. Also es ist mir egal, was da als Fehlerausgabe kommt, da würde irgendwas stehen, je nachdem, ob es auf Deutsch oder Englisch ist. Dieses Verzeichnis existiert schon, können wir nicht anlegen. Klar, will ich nicht sehen. Und mit der 2 hier, da habe ich meinen Fehlerkanal, wo die Fehlerausgabe hingeht, die lenke ich um in, ja, Dev0, das ist quasi, ja, so eine Art schwarzes Loch. Da kann ich irgendwas reinschieben und dann nimmt der Kernel das entgegen und schmeißt das quasi weg. Da kann ich beliebige Daten reinschieben, die kriege ich nie wieder daraus, die sind einfach weg. Das mache ich mir hier zunutze, damit ich keine Fehlermeldungen, ja, damit ich keine Fehlermeldungen sehe. Diese Sache mit den Trennzeichen, das ist eigentlich immer ein Leerzeichen. Das ist halt problematisch, wenn ich Dateinamen oder Verzeichnisse habe, die ja ein Leerzeichen enthalten und ich möchte ja den Dateinamen nicht am Leerzeichen auseinanderhacken, sondern am Zeilenumbruch. Um das zu machen für meine Vorschleife, die ich als nächstes habe, muss ich hier diese spezielle Variable IFS, also Input File Separator, muss ich setzen auf, ja, Zeilenumbruch und das hier ist, glaube ich, Bell heißt das. Also das ist doch so ein Relikt aus den Terminalzeiten, wo wirklich wohl so eine Glocke geklingelt hat. Und das muss ich dieser Variablen zuordnen, dass das Umbrechen wirklich bloß hiermit geschieht. Und damit da das wirklich so als zwei Zeichen, also ein Umbruch ist quasi auch bloß ein Textzeichen und dieses Bell-Zeichen ist auch eben, also dieses Glockenzeichen ist auch bloß ein Zeichen. Damit das unverändert hier reingeschrieben wird, gibt es da diesen Trick mit Echo, gibt normalerweise was auf der Kommandozeile aus. Und damit da nichts dran geschieht, gibt es hier diese speziellen Parameter, also En für unverändert verwenden. Und innerhalb von diesem Krempel hier wird das einmal ausgeführt und dann in die Variable geschrieben. Ganz kurze Frage. Ja. Also ich persönlich verstehe das gerade nicht, was das jetzt in dem Zusammenhang macht. Oder ist das jetzt erstmal losgetrennt von dem Skript? Also ich sehe noch keinen Anwendungsfall, weil was macht dieses Echo EN mit dem Backslash N, Backslash B? Was bringt dir das am Ende? Also ich sehe da am Ende eigentlich nur, dass er das wahrscheinlich ausgibt, oder? Und diese Ausgabe oder das Ergebnis der Ausgabe in die Variable speichert? Oder was macht er da vielleicht? Genau, genau. Ja. Also es speichert das Ergebnis dieser Ausgabe in der Datei. Äh, in der Variablen IFS. In der Variable, ja. Und ähm, was, also was, was bewirkt das in dem Fall? Sorry vielleicht, dass ich da ein bisschen blöd nachfrage. Ja, ähm, damit, ähm, die Vorschleife nicht, äh, bei einem Leerzeichen trennt, sondern bei einem Zeilenumbruch. Also, äh, das nächste ist, äh, das Generieren von Verzeichnisnamen, einer Liste von Verzeichnisnamen mit, mit diesem Unterverzeichnisnamen, wo ich meine Bilder drin habe. Und standardmäßig würde, ähm, die, das getrennt an einer, äh, am Leerzeichen. Ah, okay, okay. Und damit ich das, äh, können wir sonst auch gleich nochmal ein bisschen bildhafter machen. Also, das ist schon, äh, vielleicht ist das auch ein bisschen viel für einen Einstieg so. Ähm, oder ich mache das am besten jetzt mal ein bisschen, ein bisschen schneller durch und dann kommen wir jetzt zu den Details, wo ich einzelne Folien habe. Ähm, genau. Ja, äh, dann, äh, als nächstes, ich gehe hier meine Unterverzeichnisse einmal durch, sortiere die noch ein bisschen und in dieser Vorschleife kriege ich jedes Mal ein Verzeichnis, wird in der Variablen D abgespeichert. Dann gucke ich hier einmal rein, ob es überhaupt JPEG-Dateien gibt. Und wenn da keine JPEG-Datei drin ist, dann ist mir das egal. Dann, äh, wird dieser Schleifendurchlauf einmal übersprungen. Dann lasse ich mir noch den aktuellen Verzeichnisnamen ausgeben. Dann dieses PQIV, diesen Bildbetrachter, da, äh, da gehe ich in dieses Verzeichnis rein und gucke mir die, äh, die Bilder einmal an. Kann ich so mit Leerzeichen, äh, nee, mit Leertaste einmal so, tatatak, tatak, einmal gucken, was da drin ist. Und dann mache ich hier so eine Entscheidung. Da, ähm. Ganz kurze Frage. Ja. Ähm, mit den Bildern im Verzeichnis. Da bist du jetzt ganz schnell drüber, drüber gesprungen. Kannst du vielleicht ganz kurz nochmal erklären, was das Ding eigentlich macht, dieses PQIV? Ganz, ganz kurz nur. Genau, ähm, also es ist ein Bildbetrachter. Den kann ich von der Kommandozeile aus starten. Das ist sowas wie Gwenview oder Eye of Gnome oder sowas. Und, ähm, da gebe ich so ein paar Parameter mit. Ähm, ach, weiß ich jetzt auch gar nicht genau, was die meinen. Ich glaube, F heißt sowas wie Fullscreen. Und, ähm, das ist, glaube ich, hier die Skalierung, dass kleine Bilder hochskaliert werden, auf Bildschirmgröße und zu große klein gemacht werden. Und da gebe ich dieses Verzeichnis mit an. Das Verzeichnis, nicht, nicht die, nicht die Datei, also, sondern das Verzeichnis, wo die Dateien drin sind, ne? Okay, wunderbar. Ansonsten kommt auch mal eine Frage vom Chat. Ich mach mal ganz kurz so. Ähm, ist das nicht backslash n, backslash r? Schreibt da jemand an, statt dem backslash n, backslash b oben? Also, hat er jetzt einfach mal reingefragt. Das wäre, ähm, character return, oder? Wüsste ich nicht. Also, ich kenn backslash t, backslash n, das war's. Ja. Also, das, das, das gibt noch mehr von, von diesen Sonderzeichen. Also, das ist was, äh, was ich immer benutzt habe und bei mir hat's funktioniert. Aber man kann auch die, ähm, ähm, die Zeilenumbrüche auch anders kodieren. Also, Windows kodiert die zum Beispiel anders als ein Unix-System. Ähm, darum kann man bei, wohl, hab ich das so ja gerade mal hier. Ich weiß nicht, ob der Editor das hier auch kann. Das Kodieren, meinst du? Ja, also, nein, nicht die Kodierung, sondern, ähm, wie ein, ähm, Zeilenumbruch kodiert wird, quasi binär kodiert wird. Ah, okay, ja. Das ist von Betriebssystem zu Betriebssystem durchaus unterschiedlich. Okay, und dann hast du das backslash b quasi weg. Na, also, wenn du nur beim backslash n trennst, dann hast du eventuell noch ein backslash b oder so. Dann noch, das, ähm. Nee, also, ich glaube, es ist auch so eine Oder-Liste. Also, ähm, das Vorauftrend an, äh, entweder nach so einem N-Umbruch oder nach so einem B. Ich glaube, es ist ein Oder, aber ich, ich hab das nicht, nicht nochmal recherchiert, was, äh, was das jetzt genau macht. Für mich hat es funktioniert, darum. Da sind auch viele, so ein bisschen gefährliches Halbwissen ist an der Stelle da auch mit bei, ne? Okay, und, ähm, ganz kurz, ich bin da ganz blöd, vielleicht, ne? Aber vielleicht ist es auch ganz gut für die zwei, ne? Ja, also, ich glaube, oder? Ich bin nur ich derjenige, der sich zum Deppen macht. Was meinst du? Für den Anfang, also ist es auch relativ viel für den Anfang, das ist, ähm, mein Hintergedank dabei war, äh, wir gucken uns das einmal so grob an und dann gehen wir hinterher ein bisschen mehr in die Details und behalten das im Hintergrund. Aber vielleicht ist es didaktisch auch nicht so, so schlau, das so zu machen, weil dann müssen wir erst, erst eher das, erst das Wissen uns aneignen, um das, äh, so verstehen zu können. Ich glaube, so nach und nach vielleicht auch, aber ich glaube, das kriegen wir gut hin, ähm, also da schreibt jemand gerade Backslash B ist die Rücktaste und Backslash R ist der Wagenrücklauf, ne? Schreibt da gerade jemand. Okay. Und, ähm, ansonsten dieses IFS, dieses großgeschriebene IFS, ähm, verwendest du das nochmal irgendwo unten? Ähm, ich, ich selbst nicht, aber das ist für, äh, For hier, ähm, so eine Anweisung, äh, wie die Sachen nachher zu trennen sind. Ah, okay, also dieses, ähm, For liest dieses IFS auf, es wartet auf sozusagen so ein IFS. Genau. Und, ähm, dann weiß der, okay, gut, wo muss ich das dann, ähm, auslesen oder wo muss ich das dann trennen oder, ne, sozusagen. Genau, ja. Das hat mir gefehlt. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Nee, äh, gut, weil, gut, dass du fragst. Genau. Ansonsten soweit, genau, ich hoffe. Genau, was ist an der, an der Wagenrücklauf vielleicht auch nochmal ganz böt gefragt? Ich bin ehrlich, ich wüsste es auch nicht. Der Wagenrücklauf, das, ähm, ist quasi auch so ein Relikt. Also man stelle sich so einen alten, oder so, so einen, ähm, Raum vor, wo noch solche Kühlschrankgroßen Rechner drin rumstehen, wo solche Magnetbänder so hin und her rotieren. Und da hat man dann so ein Schreitmaschinen- und da, äh, ja, tackert so ein, ja, vielleicht, äh, ja, so ein Kugelkopf oder so irgendwas anderes längst, was ins Papier wirklich einzelne Buchstaben reinhämmert. Hm, stimmt, am Ende machst du neue Zeile, sozusagen, und dann schiebst du es einmal rüber. Genau, und dann gibt es Wagenrücklauf, also dieses Gerät, was die einzelnen Buchstaben aufs Papier bringt, das muss am Ende der Zeile zurücklaufen. Und dafür gibt es, äh, dieses Carriage Return, also Wagenrücklauf. Das ist wirklich so mechanisch gemeint. Aus diesen Anfangszeiten, äh, kommt das Ganze. Da gab es ja auch keine Monitore oder sowas. Da hattest du so eine Schreibmaschine vor dir, und der Rechner, der hat dir auf Papier die Ausgabe gedruckt. Und dann hattest du hinterher sofort, äh, dieses Ergebnis auf Papier. Also nicht irgendwie guckst du erst an und druckst dann aus, wenn du es wirklich brauchst. Es wurde sofort auf Papier gedruckt. Und, ähm, einige Sachen sind wirklich so alt. Kommt aus der Zeit der Fernschreiber, schreibt Thomas Brockfeld, ne? Ja, sehr gut. Das kann sehr, sehr gut sein. Also ganz ehrlich, ähm, eigentlich, wenn ich jetzt das nächste, also ich werde wahrscheinlich nie eine Schreibmaschine kaufen, aber eigentlich muss diese Schreibmaschine dann eigentlich schon fast Bash unterstützen, oder? Es gibt sogar solche coolen Projekte, wo du dann, ne, Terminal und so weiter emuliert hast. Du müsstest mal auf YouTube schauen, ne? Aber gut, okay, nee, dann weiß ich da Bescheid. Vielen, vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr viel geholfen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass du, ähm, irgendwo noch, ähm, also vielleicht kriegst du sogar noch, äh, ja, obwohl, das ist eigentlich eher ein Fall fürs Museum, ne? Ähm, mag sein, dass das weggeschmissen wird, dass du es vielleicht sogar noch auf Ebay irgendwo kriegst, sondern so ein Terminal, was wirklich sowas macht? Dann könntest du eventuell über irgendeine Platine das wieder so zum Laufen kriegen, dann hättest du sowas. Ja. Das ist stark, ja, genau, ja, so machen wir alles dann. Weiter geht's im Text, ja. Also, es ist, äh, also diese Unix-Geschichte, das ist ja ein uralter Hut, ne? Und viele Sachen stecken da auch insofern noch drin. Die versteht man heutzutage nicht mehr. Äh, aber das steckt da, steckt da zum Teil noch echt so drin, ne? Stark, stark. Vielen, vielen Dank dir. Jo, äh, so, ähm, genau, jetzt wollte ich hier das mal ein bisschen schneller machen. Also, dann haben wir hier eine Variable, die meine gedrückte Taste aufnehmen soll. Also, ich nehme das O für ist okay oder für L, ich möchte das Verzeichnis löschen. Da, äh, belege ich das Ganze erstmal mit dem X vor, damit das erstmal ungültig ist. Und dann habe ich hier so eine While-Schleife, also die wird so lange wiederholt, wie das Ergebnis hier drin halt wahr ist. Dann nehme ich diese Variable OL und überprüfe sie darauf, ob sie ungleich O ist. Und dann gibt es hier dieses andere, äh, minus A, also AND. Und, ähm, ungleich L ist. Also, wiederhole diese Abfrage so lange, wie weder ein O noch ein L gedrückt wurde. Und Read macht so eine ganz billige Eingabeaufforderung mit der Frage hier OK, also OK, äh, also O oder löschen. Und das Ganze wird dann in die Variable reingeschrieben. Genau. Und, ähm, da diese Information direkt von der, ja, von der Shell, von auch, das ist auch eher so ein Relikt hier, die ist TTY. Das ist, äh, letztendlich auch so ein Fernschreiber. Ähm, das gibt es als virtuelles Gerät immer noch, die Tastatur letztendlich. Damit das da drin landet, wird das hier raus ausgelesen aus unserem virtuellen Fernschreiber und wird dann einmal dazu gewiesen. Er wird dann an das Read übergeben und das Read schreibt in OL die Variable rein. Genau. Und, ähm, dann, damit wir noch was anderes haben, also wir haben jetzt hier oben diese If-Variante. Also, If überprüft einen Wahrheitswert und macht dann hier das hier, wenn das wahr ist. Und wir können auch noch so ein Else-File haben, falls das nicht zutrifft. Oder Case wäre so eine Variante, dass man den Inhalt einer Variablen mit verschiedenen Fällen abgleicht. Also, ich gleiche das einmal ab mit dem O hier und mit dem L. Und an dieser Stelle bin ich ja so weit, dass dieses OL nur ein O oder ein L enthält und nichts weiteres, weil diese Wildschleife hat da schon mal so weit abgefedert, dass da wirklich kein anderer Buchstabe drin sein kann. Und dann habe ich hier, ähm, achso, also natürlich inkonsequent, also, oder, äh, ja, ich mach das einmal hier. Achso, nee, okay, gut. Nee, es ist doch wie gedacht. Also, je nachdem, wenn ich jetzt ein O in meiner Variable ein OL drin habe, dann verschiebe ich das aktuell bearbeitete Verzeichnis in das Verzeichnis gut rein. Also, das, ne, dann haben wir ein neues Unterverzeichnis. Und damit wir am Anfang erstmal nichts kaputt machen, steht da noch ein Echo davor. Das heißt also, da steht dann auf der Kommandozeile MV Dateiname unseres aktuellen Verzeichnisses und dann hier innen sortiert. Also, da wird nichts aktuell verschoben. Das wird einfach bloß einmal ausgegeben, damit wir es gucken können, ohne dass schon irgendwelche Sachen passieren. Das zweite hier ist, denn RM macht, äh, also entfernt das Verzeichnis, remove, dafür steht es. Dann minus R ist wichtig, damit, äh, wirklich das Verzeichnis mit allen Dateien, die da drin sind, auch gelöscht wird. Und auch wiederum das aktuelle Verzeichnis. Und dann habe ich noch den Parameter minus I dazu getan. Das macht das Ganze interaktiv. Also, RM fragt, bevor es wirklich löscht, nochmal nach, wollen wir dieses Verzeichnis wirklich löschen? Also, ich habe das Ganze jetzt für diese Demo-Zwecke einmal entschärft, sodass da nichts gelöscht wird. Es sei denn, man drückt dann J oder Y, dann wird es auch wirklich gelöscht. Und hier im Falle von verschieben, ähm, ja, wird nicht verschoben, sondern bloß die Aktion wird einmal ausgegeben. So, ähm, das Ganze würde ich jetzt einmal hier, äh, vorführen. Oder, Moment, ich habe hier in meinem Skript, äh, nee, in meinen Folien ist einmal das Skript. Das könnt ihr halt so runterladen, wie wir es gerade gesehen haben. Und ich habe hier so ein, ja, so eine ZIP-Datei mit ein paar Fotos reingepackt. Wobei es eigentlich keine wirklichen Fotos sind. Es sind auch wieder solche KI-Bilder. Und die gucken wir uns gleich mal an. Ja, also die ZIP-Datei habe ich runtergeladen. Das Ganze heute ja eh auf der Kommandozeile machen. Mach ich das auch mal so. Da haben wir jetzt hier ein Verzeichnis, was Fotos heißt. Das ist ja definiert als mein Standardverzeichnis, wo die Unterverzeichnisse drin sein sollen. Es gibt ein Unterverzeichnis 1, 2 und 3. Und da drin sind mehr oder weniger Dateien, Bilddateien drin. Wenn ich mein Skript da jetzt einmal drauf lasse, ich kann das einmal ausführbar machen. Mit chmod plus x mache ich das ausführbar. Und dann kann ich hier Schrägstrich Fotos sortieren machen. Und dann läuft das Ganze los. Da haben wir jetzt hier das erste Bild aus dem ersten Verzeichnis. Ganz kurze Frage, das wird im Terminal gezeigt? Nee, 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 nee. Also es geht in Vollbild schon. Ah, okay. Was ist denn das? Das ist F? Genau. Ah, okay. Das war dieser eine Parameter, minus F, glaube ich, Vollbild. So, da habe ich jetzt nochmal so einen Roboter und nochmal sowas hier und sowas. Ja, gut. Und dann geht das wieder von vorne los. Mit Leertaste mache ich immer das nächste, also springe ich zum nächsten Bild, kann mir das anzeigen lassen. Wenn ich denn Q drücke für Quit, achso, Encoding, genau. Also eigentlich, natürlich steht da Löschen. Jetzt drücke ich entweder O oder L. Wenn ich jetzt mein K drücke, dann kommt diese Frage halt wieder. Und wenn ich jetzt L nehme und Enter drücke, dann kommt eben dieses hier in Verzeichnis Fotos. Eins absteigen, das heißt, das würde jetzt gelöscht werden. Wenn ich jetzt N drücke, dann passiert da gar nichts. Also dann wird es nicht gelöscht. Wenn ich jetzt hier J oder Y gedrückt hätte, dann wird es auch wirklich gelöscht. Dann sind wir jetzt im nächsten Verzeichnis. Da sind auch wieder solche drin. Und wenn ich jetzt mal sage hier O, dann haben wir einmal kurz gesehen, dass hier diese Ausgabe kommt. MV für Move, verschiebe. Das Verzeichnis, ja, 2 in das Verzeichnis sortiert rein. Und, ja, das ist das letzte Verzeichnis, das Fotos 3. Und da kann ich jetzt auch noch sagen, was ich damit möchte. Und sage ich, ist auch okay. Genau, also das tut das Ding hier letztendlich. Genau, schwinge ich nochmal zurück hier. Genau. So, also das war jetzt mal so ein Rundumschlag. Was, ja, also so eine Art von Skripten mache ich hin und wieder. Also sowas, gehe Verzeichnisse durch, arbeite einzelne Dateien auf, konvertiere die oder mache irgendwas damit. Also sowas kommt bei mir relativ häufig vor. Und, ja, viele andere Konstrukte wie hier Schleifen oder mit den Verzweigungen, das kommt in vielen Skripten vor. So, dann nochmal ein bisschen das Ganze, jetzt nochmal so ein bisschen thematisch aufgearbeitet. Ja, also für diejenigen von euch, die mit anderen Skriptsprachen oder auch mit, ja sagen wir mal, richtigen Programmiersprachen in Kontakt gekommen sind, Variablen gibt es überall. Und bei sehr, sehr vielen Programmiersprachen ist es so, dass die je nach Typ anders abgespeichert werden. Also eine Zahl wird anders abgespeichert als eine Kommazahl zum Beispiel oder als ein Text. Bei Bash ist das nicht der Fall. Also bei Bash wird wirklich alles als Text abgespeichert. Ja gut, muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass es so ist. Es funktioniert ja irgendwie. Es wird als Text abgespeichert und das Programm, so ein Kommandozeilenprogramm, wie wir zum Beispiel hatten, hier ist mkdir, was neues Verzeichnis anlegt. Das bekommt eine Variable als neues Verzeichnis zugewiesen und dann legt es dieses Verzeichnis an. Wenn wir jetzt irgendwas haben, was berechnet, das muss also aus dem Text, also sowas wie hier so eine 24, das muss daraus wiederum eine Zahl generieren, um damit rechnen zu können. Also das konvertieren diese Programme, wenn sie mit Zahlen umgehen können, auch wieder irgendwie um. Für uns macht es das Ganze, ja, leichter oder, also uns kann es auch egal sein. Also ich habe hier einfach mal String genannt, die Variable. Da weise ich einen Text zu. Oder ich habe eine Zahl hier, das ist die 23 und die Zahl 2, das ist die 24. Also die sind von der Art her gleichwertig, wie das Ganze abgespeichert wird in Bash. Und wenn wir damit rechnen, dann wird diese Umwandlung von Text zu Zahl halt gemacht. Dann was anderes, was ich da schon so ein bisschen gezeigt habe. Diese Anführungszeichen, die sorgen einmal dafür, dass Dinge zusammengehalten werden, ganz grob, und dass innerhalb von Anführungszeichen auch Dinge ersetzt werden. Also jetzt haben wir hier die Variable, ja, Dollar String. Hier müssen wir Dollar davor setzen, damit Bash weiß, aha, da kommt eine Variable. Dann hier Dollar Zahl und Dollar Zahl 2. Ich mache das jetzt mal interaktiv. Oder ich zeige das einfach mal, ich füge das Ganze einmal hier ein. Da haben wir jetzt unsere ganzen... Ich füge tatsächlich an die Leute, die sich fragen, ja, was macht denn der jetzt? Warum sagt der einfach so, nee, tatsächlich, das ist das Coole ja an der Kommandozeile. Du kannst da solche Sachen eintippen und das ist am Ende genau so ein Bash-Interpreter. Wir tippen eigentlich, wenn wir irgendein Kommando eintippen, tippen wir die ganze Zeit Bash-Befehle. Und dann kannst du auch ganz viele Bash-Befehle hintereinander so einfügen und da speichert sich das tatsächlich so ab. Das ist crazy so. Aber so funktioniert der Terminal in Linux. Also, dasselbe Prinzip gibt es bei anderen Skript-Sprachen ja auch. Das kannst du mit, ich meine, PHP hat auch so einen interaktiven Modus und Pykon sowieso. Preisen beispielsweise auch, ne, genau. Genau. Also, genau. Und da es die Bash jetzt aktiv auch meine Shell ist, also diese Kommandozeile, muss ich da nicht irgendwas noch davor schreiben oder irgendwie so so eine Skript-Umgebung aufmachen. Das ist da einfach schon aktiv. Also kann ich das direkt da reinkopieren. Sehr gut. Genau. Das nächste kopiere ich mir dann auch da rein. Und bei diesem Beispiel wird halt ersetzt die Variable String, Zahl und Zahl 2. und in der Ausgabe steht in 23, 24 und Hallo Welt. Ganz kurze Frage. Ja. Vielleicht nochmal zu den Sachen. Und zwar habe ich vorhin in den Kommentaren gesehen, dass jemand geschrieben hat, hey, ihm hat das alles viel, viel, ist es viel, viel einfacher gefallen, indem er alle Variablen Namen groß geschrieben hat. Würdest du das auch empfehlen oder macht das in manchen Fällen gar keinen Sinn? Also der C-Programmierer in mir, der sagt, naja, alles, was groß geschrieben wird, das ist eine Konstante. Also von daher würde ich Variablen nicht groß schreiben. Aber das kann man prinzipiell machen, wie man lustig ist, wie man es gewohnt ist. Sollte allerdings Konsistenz in sich sein. Aber von meinem C-Hintergrund her, ja, also groß geschriebenes Zeug ist für mich eine Konstante. Aber das kann man machen, wie man will. Danke dir. Und dann hier der zweite Punkt. Das habe ich mal falsche Verwendungen. Es kommt natürlich darauf an, was ihr vorhabt. Da sind diese einzelnen Anführungszeichen oder, ja, das ist ja ein Hochkommer. Wenn man das so macht, dann wird es direkt ausgegeben, ohne Interpretation. Also dann steht eben der Variablen Name, weil für die Bash ist das überhaupt kein Variablen Name. Das ist einfach etwas, was nicht nochmal extra interpretiert werden soll. Also das wird so ausgegeben, wie es dort steht. Das Konstrukt gibt es in anderen Programmiersprachen auch. Also bei, ich meine, bei PHP ist das genauso. Ja. Da fragst du den Falschen, aber ich sag mal ja. Ich meine, es ist so. Ja, also in anderen Sprachen kenne ich es auch so tatsächlich. Oder dass du ein ganz anderes Zeichen, ich glaube, so ein Axon sozusagen hast, als String-Delimiter sozusagen, ne, gibt es auch. Ach so. Ich glaube, TypeScript war das, glaube ich, so. Also es gibt schon verschiedene Sachen. Einfach, dass Hochkomma nicht gleich Anführungszeichen ist oder sowas. Das, ja, genau, ganz wichtig. Danke dir. Mit diesem, äh, das gibt ja zwei von diesen Akzentzeichen. Das kommt nachher auch nochmal, das hat unter Bash auch noch eine spezielle Bedeutung. Aber das kommt noch nicht hier. Ähm, ja, eher was Grundlegendes unter Linux und anderen Unix-artigen Systemen, habe ich mal genannt. Also sowas wie BSD wird das genauso haben. Und, ähm, was haben wir noch? BSD und, was habe ich mal angeguckt? Haiku, glaube ich. Denke ich mal, es ist auch so. Ähm, da gibt es quasi so verschiedene Kanäle. Also für Ein- und Ausgaben. Normalerweise, wenn wir hier so ein Echo haben und dahinter irgendwie einen Text haben, wird er direkt in einem Terminal ausgegeben. Also ob das, also heutzutage natürlich, äh, so ein emuliertes Terminal, aber wirklich ganz, ganz früher, äh, unseren, tak, 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 äh, dieses Schreibmaschinengerät da, was uns da irgendwas hingedruckt hat, das ist die Standardausgabe. Wir können die auch explizit angeben, denn dafür gibt es hier so eine Gerätedatei unter, ähm, ja, ja, Linux und, ähm, ja, anderen Unix-artigen Systemen. Unter Dev sind Devices, also Geräte, Dateien, die, ähm, ja, dieses, jenes und welches machen. Es gibt auch was für eine Soundkarte. Wenn man da was reinschiebt, dann gibt es lustiges Geknacke oder Musik, wenn man das Richtige reinschiebt. Aber dieses SCD-Out, das, äh, sorgt dafür, dass es, ähm, im Moment im Terminal ausgegeben wird. Also, das Erste hier und das Zweite, das ist letztendlich dasselbe. Wir gucken uns aber auch noch mal an. Damit das nicht einfach bloß so Erzählung, also Hallo Welt kommt da raus. Und das Zweite hier, da kommt es eben auch raus. Könntest du nicht auch, ganz kurze Frage, ich bin wieder Klugscheißer. Ja, alles gut, alles gut. Müsst du nicht auch eins und, ähm, äh, also eins und, ähm, nee, wenn dir leitest du um, wenn du eins und diese Spitze-Klammer zuschreibst, dann leitest du das quasi um irgendwo anders hin, oder? Aber ist das nicht so ähnlich? Ähm, dafür gibt, also, dafür gibt's, also, das, ähm, entspricht dem letztendlich. Also, umgekehrt benutze ich das. Genau, okay. Wenn ich das so mache, aber hier in der, äh, ich denke mal, da gibt's auch irgendwie eine Kurzvariante für, dass du denn, ähm, also, wenn du Spitze-Klammer-2 machst, dann wird's in die Datei-2 reingeschrieben. Oder, ähm, ach, also, weiß ich nicht. Ich glaub, das wird schon, ich glaub, wenn du jetzt eins Spitze-Klammer schreiben würdest, ist es, glaub ich, genau das Gleiche. Eventuell interpretiert das Bash einfach so, der meint eins Spitze-Klammer. Weil es sind die einzelnen, ich sag mal, verschiedenen, also, ich geh davon aus, dass es genau so macht. Also, da müsst ihr ja gleich irgendwie sagen, da fehlt was am Ende. Nee, ach so, nee, ich hatte schon mit dem dev, äh, std-out nochmal am Ende gemacht, ja. Ja. Also, so und dann der eins nochmal ran. Ach so, hier, hier so meinst du. Genau, müsste genau das Gleiche sein, oder? Ja, also, da kommt dasselbe raus. Ähm, das kann man, äh, weglassen. Also, hier, die eins ist quasi der Standard-Ausgabe-Kanal von, äh, dem Programm, was, was da vorkommt. Also, sowas wie Echo, oder, ja. Also, eigentlich alles auch im C-Programm beispielsweise. Also, du hast dann deine Standard-out, also, std-out, glaub ich, oder was du mit C-out dann mal C++ machst. Ähm, das ist genau das, ne? Error-Stream ist das Zweier, also ist dann zwei Spitze-Klammer zu. Genau. Und, äh, ich glaube, es gibt auch Z-Log und so weiter, was ich gelernt habe mittlerweile. Aber das verwendet kein Schwein. Ja, stimmt. Also, es gibt noch viele weitere, aber standardmäßig, äh, also hier den Standard-Kanal, wo normale Ausgabe-Meldungen kommen. Also, so ein Programm hat irgendeine Status-Information, die jetzt kein Fehler ist, ähm, eine Erfolgsmeldung oder sonst irgendwas, die landet dann normalerweise da drauf. Aber dann gibt es auch noch diesen, ähm, Standard-Fehler-Kanal. Der ist unter diesem speziellen Gerät halt da. Und da kann man auch was draufschreiben. Wenn ich das jetzt hier so mache, dann sehen wir das genauso in dem Terminal, denn dort werden sowohl Fehlermeldungen angezeigt, als auch normale Meldungen. Also, das macht für uns keinen Unterschied. Also, wir sehen beides und wir können es auch optisch überhaupt nicht unterscheiden. Aber prinzipiell gibt es diese, äh, zwei Kanäle. Umgekehrt, ähm, äh, ist es schon irgendwie sinnvoller, was ich, äh, vorhin da hatte. Also, wenn ich jetzt mein Verzeichnis gut habe, dann möchte ich das einmal, äh, warte, Moment, habe ich das schon? Genau. Also, gut, in der Variablen gut, wird das Verzeichnis sortiert, abgespeichert. Und wenn ich jetzt hier das anlegen wollen würde, das dürfte ja nicht funktionieren, denn das haben wir schon. Da kommt bei mir jetzt diese Fehlermeldung, die Datei existiert bereits. Und, ähm, wenn ich das nicht sehen will, dann, äh, könnte ich jetzt sowas hier versuchen, wenn ich das nach DEV 0, also ins schwarze Loch umleiten möchte, dann sehe ich das weiterhin. Denn in diesem Fall habe ich bloß meinen Standard-Ausgabe-Kanal umgeleitet in das schwarze Loch. Und diese, diese Meldung hier ist eine Fehlermeldung, die ist eben nicht auf dem Standard-Ausgabe-Kanal, sondern auf dem Fehlerkanal hier mit der 2. Wenn ich das so mache, leite ich diese Fehlermeldung in das schwarze Loch um. Und, ähm, äh, damit, ähm, ja, sehe ich diese Meldung nicht. Denn in diesem Fall ist mir die auch wirklich egal. Ganz cool, äh, nebenbei, also DEV 0 ist wirklich das schwarze Loch unter den Lux. Man kann da alles reinschicken und es kommt nie wieder raus. Also, das ist ultra cool umgesetzt, finde ich. Du kannst ganze Dateien reinschmeißen und die kommen nie wieder raus. Das ist schon cool, ja. Äh, äh, du kannst ja solche Sachen damit machen, irgendwelche Datenträger, äh, versuchen zu lesen. Und, ähm, einfach, also, haben wir heute nicht, also, oder, naja, ich habe heute keine Anschlusstermine, von daher ist es egal. Ähm, hier in meiner virtuellen Maschine habe ich DEV SDA, das ist die virtuelle Platte da drin. Mit DD kann ich Daten von A nach B schieben. Und mit IF gebe ich an, von wo ich was schieben möchte. Und wenn ich jetzt, ähm, einfach mal so einen Lesetest machen möchte, ob dieses Medium, meine Festplatte oder was auch immer, komplett lesbar ist, könnte ich das halt so machen. In diesem Fall brauche ich noch Gutrechte dafür. So. Und dann würde er mir die ganze Platte einmal durchlesen und schiebe die nach DEV 0. Also, und dann hinterher, äh, wenn, wenn DD dann sagt, ja, ich konnte übrigens den folgenden Sektor nicht lesen, dann weiß ich, dass da irgendwie ein Leseproblem ist oder ich kann damit die Geschwindigkeit vom, äh, von so einer Festplatte mal überprüfen, sequenzielles Lesen, was da rauskommt. Und, und solche Sachen ganz billig, ähm, ne? Richtig. Weil ich die Daten nicht duplizieren will, sondern einfach weg. Richtig. Und wichtig ist in dem Fall, ähm, dass die Daten nur gelesen wurden und nicht darüber geschoben wurden, sozusagen. Und wenn du das umdrehen würdest, also, ähm, dass du, ähm, die DEV null auf das DEV SDA schreibst, dann schreibst du quasi auf deine DEV SDA nur Nullen, ne? Beispielsweise. Nee. Nein, das geht leider nicht. Ähm, schade. Dafür gibt es, dafür gibt es ein Extragerät, das heißt Zero. Ach, Zero. Okay, ah, okay. Was schreibst du dann mit DEV null? Was würde er dann machen? Würde er einfach eine Fehlermeldung ausgeben, oder? Gute Frage. Ja, 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 du willst es wahrscheinlich, ne? Achso, null sagt einfach nichts, ne? Okay. Also, DEV zero sagt er dann eine Null, ne? Und es gibt noch DEV rand, ne? Für random, soweit ich weiß, ne? Genau, das gibt es auch. Du kannst einen Zufallsgenerator direkt, ähm, ja, in Linux drin haben. Oder Unix ist das, glaube ich, schon fast mehr, würde ich sagen. Äh, Unix ähnlich. Nur mit random, ich dachte, es heißt rand, aber probier's mal, ja? Also, es gibt zwei, ne? Ah, okay. Also, ich mach mal hier jetzt, äh, also, damit mir das nicht... Null wie Null schreibt der Tuxa? Nein. Nein. Also, Null ist nichts auf Englisch und Null ist wirklich die Zero, ne? Also, Null, dieses englische Null ist einfach nichts, ne? Genau. Das ist noch was anderes. Genau. Also, ähm, da, äh, aus diesem DEV random kommen, ja, Pseudo zum Fallswert heraus. Und, äh, je nachdem, welch man da jetzt erwischt, sind da auch Zeichen bei, die sich jetzt so im Terminal nicht anzeigen lassen. Das sind binäre Daten. Und ich hab gesagt, dass ich jetzt hier zehn, äh, ein Block von zehn, ähm, ja, Zeichen haben möchte und das eben bloß einmal. Und da kommt dann sowas raus. Also, das ist random. Das ist eher die bessere Quelle, wenn du jetzt keinen Hardware-Zufallsgenerator im System drin hast. Und ansonsten gibt es noch U-Random, da kannst du beliebig viele Zufallswerte rauslesen. Die werden immer, ja, die werden mit so einem Algorithmus, ähm, nochmal generiert. Und dieses andere, dieses Random, das, ähm, ja, verwendet verschiedene, nicht einfach vorhersehbare Informationen von deinem System. Wahrscheinlich irgendwie so, wie viele Prozesse laufen da oder, ähm, ja, welche, wie ist die CPU-Auslastung auf den Kern und so. Das fließt irgendwie in so einen Topf rein, wo so Zufallswerte drin gesammelt werden. Und, ähm, also, Random kann leerlaufen, wenn du keine Hardware-Einheit dafür hast, die das generiert. Und dieses U-Random, das blockiert halt nicht. Da kriegst du so viel rausgelesen, wie du willst. Ist von der Qualität allerdings schlechter. Hm. Und, äh, apropos, ganz kurz, der Frank meint, ähm, wir sollten mal DevNull, ähm, an das CERN schicken, weil die brauchen auf jeden Fall schwarze Löcher. Von daher kann man das mal einpacken und schicken, ne? Gut, aber ich denke mal, das haben die schon. Vielleicht haben sie es schon, ne? Da kannst du alles rein, also gut. Wäre schön, wenn man so seine, irgendwie, irgendwelche Sachen, die man im Zimmer hat, die man da einfach rein schieben kann, ne? Das wäre schon cool, ne? Also, ja. Beispielsweise den Müll oder sowas, ne? Ja. Nie wieder Müll rausbringen. Also, wenn Linux diese Funktion hat, dann, äh, kann man nochmal ganz groß, ganz groß hier, ähm, reingehen sozusagen, ne? So, gut, wunderbar. Ja, ich glaube, das reicht. Replikator. Ein Replikator, wo du Sachen zurückbringen kannst und dann in der Geekredit trinkt. Ich weiß, kennst du, ähm, wie heißt das, ähm, ähm, boah, nicht Avatar, sondern es gibt so einen Valerian. Ähm, die haben Replikatoren, ne? Wenn ihr den Film Valerian kennt, ist nebenbei ein sehr, sehr, sehr schöner Film. Ähm, dort haben die solche kleinen, süßen Replikator-Tierchen, was die essen, ähm, gibt's tausendmal aus denen raus. Das ist super cool, ne? Ja, aber gut, ich würde sagen, das, ähm, das reicht soweit erstmal hier ab, ne? Weiter in Richtung Bash. Der Filmtipp der Woche. Der Filmtipp der Woche, ne? Genau. Viele Saugroboter sind mit Linux, schreiben Wolfer K. Ist so ähnlich, das stimmt, ja? Nicht schlecht. Leider wird der Stausaugertreck nicht in der Fnall gepackt. Aber das ist ja auch. Ja, gut. Okay, weiter geht's. Das wäre total praktisch, aber leider nein, ja. Ähm, genau. Ähm, Fehlerkanal, ne? Also, Fehlerkanal oder die Ausgabe. Sorry, ich hab, ich hab aus Versehen den Falschen gemutet. Kannst du noch eben anfangen, den, den letzten 1, 2 Sätze? Sorry. Ähm, genau, wo war ich jetzt? Ähm, also im Gegensatz zu nur die Fehlerausgabe umleiten in schwarze Loch, gibt's auch die Variante wirklich alle, äh, alle Ausgaben umleiten. Und im Gegensatz zu der 2 für den Fehlerausgabekanal gibt es für alles zusammengefasst das Unzeichen hier. Also egal, was Type jetzt als eine Ausgabe produzieren würde, das wird alles umgeleitet. Also das werden wir niemals sehen. Denn, ähm, das Kommando Type und, ähm, mit MC dazu, das guckt nach, ob ich ein Kommando installiert habe, also MC, der Midnight Commander, was in meinem System irgendwie verfügbar ist, also global verfügbar ist. So, ne, falsche Tasse. Da, wenn ich das jetzt mal so eingebe, dann sagt er mir hier, MC nicht gefunden, das Kommando kennt er nicht. Das würde auf diesen Fehlerkanal landen. Oder wenn ich jetzt hier sage, CP für Copy, das ist in diesen, ja, File System Utils oder so, das ist immer da. Das gibt es halt, ähm, ja, dann sagt er mir hier, CP ist vorhanden in dem Pfad sowieso. Da wäre es halt aufrufbar. Also Type gibt immer eine Ausgabe, entweder auf Fehlerkanal, wenn es nicht gefunden wurde, das Kommando, oder im Erfolgsfall gibt es auf dem Standardkanal eben auch was. Aber ich will das gar nicht wissen. Also ich will bloß überprüfen mit meiner Zeile, hier, ähm, ob was funktioniert hat. Und ich mache das jetzt so, alle Ausgaben wegschmeißen, denn ich kann mir in einer anderen Variable nachgucken, ob das vorherige Programm, das Kommando, erfolgreich ausgeführt wurde oder nicht. Denn in dieser Variablen hier, Dollar Fragezeichen, da steht denn drin, ob, ähm, das, ähm, ja, dieser Rückgabewert, ob der jetzt erfolgreich ist, dann hätte ich eine Null drin oder alles, was davon abweicht, ist irgendwie ein Fehler. Wenn ich jetzt bloß überprüfen will, ob das Kommando MC vorhanden ist, mache ich das hier und kann mir in der Variable das Ergebnis abholen, funktioniert halt nicht. Und wenn ich jetzt hier nochmal CP mache und das jetzt nochmal, dann habe ich eine Null da drin. Das kann ich auch noch verskripten in so einer IF, äh, ja, in so einer IF-Abfrage zum Beispiel. Da habe ich nachher auch nochmal ein bisschen was zu. Genau, äh, wo wir jetzt noch dabei sind mit dem Umlenken von Ausgaben. Im Moment haben wir ja bloß hier die ist Def Null oder SCDR oder Out benutzt. Von der Philosophie her ist alles unter so einem Unix-System eine Datei. Auch diese speziellen Geräte, Soundkarte und Co., das ist alles eine Datei oder Festplatte, Partition, alles ist eine Datei, wird soweit abstrahiert. Ich kann allerdings auch Dinge direkt in eine, ja, Datei, wie wir sie quasi so kennen und so verstehen, umlenken, wenn ich jetzt hier mit Echo mir einen Text ausgeben lasse, steht da erstmal so auf der, ne, das nicht, steht da erstmal so auf der Kommandozeile. Aber ich kann jetzt diese, ähm, ähm, äh, die, die Ausgabe, äh, Mann. So, das, die, dieser Tonschnitt wird inwiefern nachvertont von, von mir. So, okay, jetzt bist du fertig, ne? Ein, trink erstmal, trink erstmal einen Schluck, trink erstmal einen Schluck. Genau, genau, wunderbar, gut. Dann würde ich sagen, geht's weiter. Genau, ähm, ähm, äh, und diese Ausgabe kann ich auch umschreiben in eine Datei, sowas wie tmp.text.txt, dann sehe ich auch keine Ausgabe, denn die Ausgabe von Echo habe ich umgeleitet in eine Datei. Und wenn ich jetzt hier gucke, mit Cat kann ich mir auch den Inhalt von Dateien ausgeben lassen, dann steht hier ein Text direkt in dieser Textdatei. Textdatei, ähm, wäre auch nochmal so hier die Größe davon, dann ist die jetzt 9 Byte groß, und das steht da jetzt so drin. Das Ganze kann man natürlich auch noch komplizierter machen, wenn man jetzt hier, ähm, ja, Tar, mit Tar kann ich Dateien, Verzeichnisse, zusammenfügen zu einem Archiv, kann die komprimieren, und habe dann hinterher so ein komprimiertes Archiv, was ich wieder entpacken kann, was das alles enthält. Da habe ich hier so ein Block hier für C, Create, F für File, dann V für Verify oder Verbose, damit ich auch Ausgaben kriege, und Z für, ja, GZ-Kompressionen. Dann kommt der Dateiname, in den ich mein Archiv schreiben will, und dahinter kommt die Liste mit Verzeichnissen und Dateien, die ich packen möchte, also hier bloß mal ETC. Wenn jetzt, ähm, das Tar-Kommando irgendwelche Fehler meldet, wenn es irgendwelche Dateien nicht lesen darf mit meinen Zugriffsrechten, dann möchte ich mir eine Log-Datei schreiben, die unter tmp-backup-log abgelegt wird, und da möchte ich wirklich bloß die Fehlermeldung reinhaben, und mit diesem Doppelfeil hier, da werde ich keine Datei, ähm, ja, neu an, äh, oder keine Datei überschreiben, denn in diesem Fall hier wird der Inhalt von einer schon bestehenden Text-TXT komplett überschrieben, also die Datei wird dann quasi gelöscht, neu angelegt, mit dem neuen Inhalt belegt, und wenn ich hier diesen Doppelfeil habe, wird es ans Ende von dieser Textdatei einfach angehängt, also da könnte ich so einen Log machen, wo, ja, ich mehrere Vorgänge hintereinander locke, und vielleicht dazwischen noch mal so eine Uhrzeit und Datum mit einblenden, damit ich weiß, wann ist denn das Ganze gelaufen. Solche Sachen kann ich dann auch damit machen. Okay, einmal kurz mal ausprobieren. Ich bin jetzt ja nicht Hut, also von daher dürfte ich einige Sachen von ETC nicht lesen dürfen. Die Standardausgabe von dem Tag-Kommando, die sehe ich, also welche Dateien und Verzeichnisse Taten gefasst hat, und wenn ich jetzt hier in die Backup-Log reingucke, da habe ich jetzt wirklich bloß meine Fehlermeldung hier, keine Berechtigung, um diese Datei zu öffnen, weil ich nicht Hut bin, und wenn ich das Ganze jetzt noch mal laufen lassen würde, dann würde an diese schon vorhandene Backup-Log denn die nächsten Fehlermeldungen angehängt werden. Ja, gut. Da noch irgendwie, war es soweit verständlich? War es ja sehr gut verständlich, also für mich auf jeden Fall. Ich kenne das leider auch schon so ein bisschen, von daher kann ich da natürlich, habe ich natürlich auch so einen gewissen Bias, aber ich denke, es war sehr verständlich. Loving Alien schreibt noch mal, kann ich mit Bash prüfen, ob meine persönlichen Daten erfolgreich auf meiner HDD gespielt werden? Ich denke, das ist am Ende vor allem der letzte Befehl. Kann man, glaube ich, so umbauen mit Move wahrscheinlich, oder so, oder was du auch immer machen möchtest, also CP oder so für Copy, und dann eben dieses 2, diese 2 und diese beiden Spitzenklammern zu sozusagen und dann so eine Logdatei eingeben. Ich glaube, dann passt es ganz gut. Also man kann, man muss ja nicht diesen Tabi-Fehl da vorverwenden, oder ist es anders? Das kommt darauf an, bis zu welchem Detailgrad man geht. Also einfache Fehlermeldungen landen da schon mit drin, aber es kann sein, dass, also da kann Lesefehler sehr gut erkennen, also Zugriffsrechte und sowas, wenn es darauf nicht zugreifen kann. Das klappt, aber mit dem Schreiben auf ein Zielmedium, das kann sein, dass das Zielmedium quasi wie hier DEFNAL Daten annimmt, aber die werden nicht richtig gespeichert. Also wenn jetzt, also ich hatte so einen USB-Stick, ich konnte Daten darauf ablegen, wie ich wollte, ohne dass das irgendwie bemerkt wurde, und hinterher konnte ich auch Daten wieder auslesen, aber es waren nicht unbedingt die, die ich hingeschrieben habe. Also da dieser Chip da drauf, da hat er irgendwelche Fehler, und ja, wenn einem das nicht auffällt, und man macht, ja, da Backups drauf, und überprüft das diemals, ist das natürlich nicht so eine tolle Sache. Also Backups sollte man auch überprüfen, ob die sich zurückspielen lassen. Also solche Sachen kriegt man durch sowas Einfaches hier nicht hin. Also TAR weiß das nicht. Also TAR gibt die Informationen weiter hier, speichere auf dem Medium mal folgende Daten, und solange dem Kernel das nicht auffällt, dass da irgendwelche gravierenden Schreibfehler sind, oder so, ist das unbemerkt. Aber das war vielleicht auch nicht unbedingt die Frage, das war bloß jetzt so der Sicherheitsgedanke dabei. Also ein Backup, was ja so ungefähr wie kein Backup, kein Mitleid, ein Backup, was ja nicht überprüft hat, ist irgendwie kein richtiges Backup. Das stimmt, ja. Wunderbar. Vielen, vielen Dank dir. Gut, dann als nächstes, das ist ja eine Kombikategorie, also Eingaben und Pipes. Das, ja, CAT, das hatten wir schon mal. Damit kann man einmal Textdateien ausgeben. Das, ähm, rumpel, rumpel. Ich hoffe, er geht nicht damit aufs Klo. Ja, ähm, genau. Also damit kann man Informationen ausgeben. Man kann da Dinge direkt reingeben, damit die wieder auf dem Terminal landen oder eben auch auf der Standardausgabe oder man kann es auch umgekehrt machen. Man kann da jetzt mit dem umgedrehten Pfeil auch den Inhalt einer Textdatei, also wie die, die wir jetzt gerade schon hatten, einfach nehmen und übergibt die als Datenstrom an ein Programm. Also, man lenkt den Inhalt an die Standardeingabe von einem Programm um. Wenn wir das jetzt einmal so machen, dann, genau, der weg, dann, ähm, ja, wird der Inhalt von der Datei hier genommen, wird ausgelesen, irgendwo in den Arbeitsspeicher gepackt und dann an das Programm CAT übergeben. Und das Programm CAT, das schmeißt uns das Ganze wieder auf die Eingabe, also auf unsere Konsole hier, in dieses Terminal rein. Das ist diese Variante mit, ähm, ja, über die Standardeingabe einfach übernehmen, über, ja, aus der Datei. Dann gibt es ein anderes grundlegendes Konzept, was sich Pipe nennt. Das ist dieses, ähm, ja, diese, dieser senkrechte Strich. Der ist je nach Tastatur auch mal unterbrochen oder nach Zeichensatz. Das ist die, was, ja, bei der deutschen Tastatur normalerweise neben dem Y liegt. Damit kann man die Ausgabe von einem Programm als Eingabe an ein anderes übergeben. Wenn ich jetzt hier Echo nehme mit dem Hallo, dann würde das erst mal so auf der Standardausgabe, auf unserem Terminal landen. und indem ich jetzt dieses Pipe-Zeichen da ran packe, würde das Ganze an CAT übergeben als Eingabe. Das Ganze ist, naja, erstaunlich unspektakulär. Nehme das von dem einen, die Ausgabe, gebe es weiter an das zweite. Das Pipe, das ist so wie, ja, wie so ein Rohr. Da kommt ja der Name auch her, ne? Also, was ich hier auf der einen Seite ins Rohr reinschiebe, kommt auf der anderen Seite raus und mit diesen einzelnen Rohren kann ich die Programme miteinander verbinden. Ja, und das Ganze ist nicht nur auf Textdateien oder auf Textinformationen, ja, beschränkt. Also, ich kann dadurch auch BD-Daten durchjagen. Ich hatte mir mal so ein, ja, so was geschrieben, so dass ich eine MP3-Datei dekodiere. Dann bekomme ich hinterher, ja, zwei Stereo-Kanäle raus in, keine Ahnung, 16 Bit und in 44,1 Kilohertz raus. Und diesen Datenstrom, der komplett binär ist, übergebe ich dann an Opus, was, ja, so was ist wie MP3, bloß deutlich besser. Und das komprimiert mir das Ganze und legt es dann in der Datei ab. Also, so was kann ich auch machen mit rein Binärdaten. Was ich auch noch machen kann, ist so was wie, ja, mehrere Zeilen hier über so ein Echo mal ausgeben. Dann haben wir das in der, oh, nee, haben wir das in der Standardausgabe erst mal drin. Und da wird diese Liste einmal ausgegeben, also 2b, 1, 2a und 3. Und wenn man das jetzt durch ein Pipe durchjagt, durch so ein Rohr und mit Grab erst mal Zeilen rausfiltert, die eine 2 enthalten, dann haben wir hier nur noch 2 Ausgaben. Dann haben wir hier 2b und 2a. Und je nachdem, was für ein Terminal ihr habt, ist das Ganze auch nochmal farbig. Also nach 2 haben wir hier gesucht durch das Grab. Und dann wird das eben auch farbig hervorgehoben. Dann haben wir unsere Liste schon mal gefiltert. Und wenn wir das Ganze nochmal durch hier das Sort erweitern, wird diese Liste auch noch sortiert. Und mit dem Minus N haben wir die natürliche Sortierreihenfolge, so wie man sie aus der Bibliothek kennt, denn auch mit dabei. Und dann haben wir jetzt als Ziel die Ausgabe mit 2a und 2b. Also die Eingabe, die aus Echo, nee, also die Ausgabe, die mit Echo produziert wird, diese Liste mit 4 verschiedenen Einträgen, die wird erst mal durch das Erste vorgefiltert und dann durch das Sort nochmal nachgefiltert. Und solche Ketten kann man beliebig lang machen und damit solche Filter bauen, die aus speziellen Kommandozeilenprogrammen Informationen rausziehen, die aufarbeiten und nochmal irgendwie umarbeiten. Also sowas wie eine IP-Adresse aus so was IPa, da haben wir hier so einen eher schlecht lesbaren Haufen an Zeugs mit verschiedenen Grab-Befehlen und mit weiteren Kommandozeilenbefehlen und so einer Pipeliste, kriegt man denn vielleicht sowas hier mal raus, wo denn steht diese IP-Adresse. Also sowas kann man damit machen, indem man das Problem, was man hat, in kleinere Teile auseinanderbricht und dann immer weiter filtert. Joa, genau. So. Sehr, sehr cool. Ich habe ganz fürs Ende vielleicht nochmal ein Realbeispiel, ob du mir da vielleicht weiterhelfen kannst. Das wäre, glaube ich, mal ganz witzig ganz am Ende. Ja. Können wir gucken, ja. Ja. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, das könnte spannend sein. Ansonsten, genau, sind soweit eigentlich keine großen Fragen oder sowas reingekommen. Macht das auch nicht ifconfig, schreibt kein Name verfügbar. Das stimmt. Also, ich glaube, könnte sein, dass ifconfig da auch nur einen Link drauf, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ne, ifconfig macht noch was anderes, aber IPA nebenbei kann ich jedem nur empfehlen. Funktioniert überall. Ifconfig nicht überall. Nicht auf dem Niedungssystem. Von daher, IPA habe ich mir auch mittlerweile angewöhnt. Wobei ich aber die Ausgabe hier deutlich einfacher zu lesen finde. Das stimmt, aber man gewöhnt sich sehr auch an IPA. Aber stimmt, absolut. Ja, ich weiß, aber ich finde es immer noch irgendwie hässlich. Also, hier habe ich wirklich einzelne Zeilen und hier ist das denn so zusammenge... Das stimmt, in der Tat. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Ja, gut. Ja, genau. Ifconfig ist veraltet, aber... Also, die Ausgabe lässt sich auch mit weniger Code parsen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, also es hat alles immer so seine Vor- und Nachteile. Gut. Nächster Punkt. Funktionen. Wie in anderen Programmiersprachen gibt es bei Bash eben auch Funktionen, wo man wiederkehrende Aufgaben zusammennimmt, damit man den Code nicht x-fach duplizieren müsste an allen Stellen, wo man es braucht. Ganz einfaches Beispiel hier. Eine Funktion, die zwei Zahlen addiert und eben, ja, zwei Parameter übergeben kriegt. Bei der Bash, jedenfalls soweit ich das bis jetzt gesehen habe, also ich glaube, es gibt auch keine neuere Version von dem, von der Bash. Also, die arbeiten ja schon noch und es wird auch leicht geändert. Also, es kommen manchmal auch Funktionen hinzu. Also, die Bash lernt auch noch Dinge mit dazu. Aber ich glaube, es gibt weiterhin keine benannten Parameter hierbei. Von daher ist die Reihenfolge, in der Parameter übergeben werden, nun mal maßgeblich. Und die werden in Variablen erstmal zwischengespeichert, die $1, $2, $3 und so weiter heißen. Und damit das Ganze für mich lesbarer wird, mache ich das normalerweise so, dass sich denn die Variablen, die hier als Parameter übergeben werden, in für mich, ja, sprechendere Namen, ja, einmal, ja, abgebildet werden. In diesem Fall ist das natürlich irgendwie ein bisschen albern. Also, die erste, ja, heißt Summand, ne? Also, der erste Summand heißt dann A, der zweite heißt dann B. Okay, gut, ja, also woanders würde ich da auch längere Variablen mit Zeichnungen wählen, die mir auch wirklich was sagen. Gut, also zwei Parameter werden übergeben. Eins und zwei. Einmal Umlage nach A und B. Und dann wird das Ganze einmal berechnet mit Exp, also irgendwie so eine Expression. Das Ding kann auch noch mehr, aber es kann eben auch einfache Berechnungen durchführen. Sowas wie Plus. Und wenn wir jetzt hier den Inhalt von A und B mal addieren, dann kommt da eine Zahl raus. Und das Ganze landet wieder auf der Standardausgabe. Das sehen wir also sofort. Und wenn ich das Ganze einmal aufrufe, hier mit Add, 2 und 5, dann kommt da hoffentlich 7 raus. Mal wieder kopieren. Und einfügen. Und da sehe ich erst mal nichts. Aber wenn ich jetzt hier add eingebe und dann Tabulator zweimal drücke, dann habe ich hier jetzt ein zusätzliches Kommando, was eben auch add heißt. Und das ist in dieser Shell gerade verfügbar. Also wenn ich die Shell jetzt zumache und wieder aufmache, dann ist es weg. Aber da ich es jetzt hier drin als Funktion deklariert habe, kann ich es dann auch nutzen. Und wenn ich jetzt hier mache 2 und 5, dann kommt da 7 raus. Und das könnte ich jetzt in meinem Skript, was ich mir vielleicht geschrieben habe, mit 2 und 6, 2 und 7 oder irgendwie sowas machen und an mehreren Stellen diese Funktion aufrufen, ohne dass ich jetzt diesen Code mit diesem Expr mehrfach duplizieren müsste. Aber das ist so ein grundlegendes Konzept. Das gibt es in anderen Programmiersprachen auch. Ganz kurze Frage. Ach so, nee, passt, sorry. Ich bin einfach, nee, alles gut. Hat sich geklärt. Also das ist so ein grundlegendes Konzept. Das gibt es, denke ich mal, in jeder, obwohl funktionale Programmiersprachen ist jetzt nicht mein Gebiet, ob man das auch so macht. Aber von der Art her. Ähnlich, ganz anders wahrscheinlich teilweise. Aber ja, ähnlich natürlich. Sowas gibt es immer. So, was haben wir noch? Genau, Schleifen. Auch was, was es eigentlich überall gibt, was ja auch dafür da ist, dass man wiederholende Aufgaben ja irgendwie zusammenzieht. Also wenn ich jetzt hier die Zahlen 1 bis 10 ausgeben möchte und da vielleicht noch ein bisschen drauf rumrechnen möchte mit Add und jedes Mal, keine Ahnung, 100 dazu packen möchte, dann will ich das natürlich in Quelltext ausschreiben. oder wenn ich jetzt nicht die Zahlen von 1 bis 10, sondern von 1 bis 1000 oder so habe, dann schreibe ich mir einen Wolf oder kopiere mir dann einen Wolf. Das will ich also nicht. Von daher gibt es grundlegende Schleifenkonstrukte auch in der Bash. Die For-Schleife, die ist allerdings anders, als man sie jetzt von C oder C++ PHP kennt. Die arbeitet mit einer Eingabeliste. Also die, das ist so ähnlich wie ForEach bei PHP. Ich habe so eine Eingabeliste mit den Werten von 1 bis 10 und bei jedem Durchlauf wird eine Zeile aus dieser Eingabeliste genommen, in der Variablen i abgespeichert. Gucken wir uns das einmal an, was die ist. Seqü, das macht eine Sequenz. Das baut uns so eine Liste von 1 bis 10. Ganz einfach. Und diese Liste, die wird erst mal generiert. Und hier sind diese Hochkommata. Was dazwischen steht, wird erst mal interpretiert und erst dann an For übergeben. Ich könnte hier auch ausschreiben, indem ich sage For i in 1 Freifeld 2 Freifeld 3 und so weiter. Aber ich kann mir über dieses kleine Programm diese Liste auch generieren lassen. Und wenn ich das jetzt einmal durchgehen lasse, also Schleifendurchlauf, jedes Mal wird ein neuer Wert hier aus i genommen. Der gefüllt, also das wird durch diese Liste hier reingefüllt in das i und innerhalb von der Schleife ist es verfügbar in der Variablen i und dann gebe ich mir diese Liste aus. Ist auch wenig spektakulär. Ja, da sind wir jetzt diese Liste drin. Und genau, das wird halt direkt da ausgegeben. Aber ich könnte das auch beliebig kompliziert machen, indem ich da was addiere oder, keine Ahnung, eine schönere Ausgabe mache. Echo, die Zahl ist mit Doppelpunkt, Dollar i oder so irgendwas. Neben dieser Schreibweise mit Hochkomma oder mit, nee, das ist ja Apostroph, das ist ja gar kein Hochkomma, das ist ja schräg hier, gibt es auch die Variante mit Dollar, runde Klammer, dann der Befehl dazwischen und runde Klammer zu. Das macht letztendlich genau dasselbe. Also das führt ein Kommando hier drin aus, macht so eine Ergebnisliste, übergibt die an die Vorschleife, damit die das wieder in i reinpacken kann. Und wenn ich das Ganze so ein bisschen komprimieren will, also so einen Einzeiler machen möchte, dann muss ich hier da ein Semikolon setzen, nach du nicht, dann nach meinen einzelnen Befehlen, die ich da drin habe und dann nach dann auch nicht. Das Ganze jetzt mal machen, kopieren, einfügen. Dann haben wir da jetzt diese ganz einfache Liste wiederum. Das ist genau dasselbe, jedenfalls vom Inhalt her, ein bisschen anders aufbereitet, in eine Zeile gepackt und statt hier dem Apostroph, hier diese andere Variante mit runder Klammer und Doppelpunkt und Dollar. Das ist die Vorschleife Marke Bash. Dann gibt es ein weiteres Schleifenkonstrukt, was es auch woanders gibt, also eine While-Schleife, die ist kopfgesteuert. Das heißt, es wird am Anfang immer überprüft, ob die Bedingung hier drin noch zutrifft. Ich habe hier so eine Variable i, das ist so eine Zählvariable und die wird immer überprüft, ob der Inhalt le, also less or equal, also kleiner oder gleich 10 ist. Und nur wenn das zutrifft, gibt es hier diesen Schleifendurchlauf, also einmal den aktuellen Wert von i ausgeben und dann hier einmal hochzählen. Da haben wir jetzt das nächste von diesen tollen kryptischen Bash-Strukturen. Dollar, eckige Klammer. Da kommt so ein, ja so, ja so eine Vorschrift, da kann man Wahrheitswerte mit berechnen oder man kann eben auch einfache Rechnungen damit durchführen, also den Wert von i nehmen und 1 draufzählen und dann wieder in i abspeichern. Also wenn ich jetzt das einmal hier so mache, ich habe hier i, ist aktuell 1. Wenn ich da einmal das drauf anwende und Echo i mache, dann steht da eine 2 drin und nochmal steht da eine 3 drin. Und das macht letztendlich diese Schleife hier, also pro Schleifendurchlauf wird das einmal hochgezählt über diese Berechnung. Und das gibt uns eben auch jedes Mal das wieder aus und wenn das eben größer als 10 ist, dann bricht diese Schleife ab. So, das Ganze jetzt der Einfach, oder zur Demonstration nochmal als Ganzes. Ja, so einfach so unspektakulär und ja, dann haben wir wieder genau dasselbe wie vorher auf eine andere Art und Weise. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ordentlich was dazugelernt. Ordentlich was dazugelernt. Meine Stimme ist schon fast am Ende, aber ich habe noch was vorbereitet. Ich kenne das so, ja. Ach so, genau. Das hatte ich vorhin ja schon mal so ein bisschen angeschnitten, denn diese Rückgabewerte, die wir aus jedem Programm eigentlich rauskriegen, das mit Dollar? nach einem Aufruf von irgendeinem Programm, wie hier True zum Beispiel, da kriegen wir immer eine 0 zurück. Also True, ja, alles ist gut. Das Gegenstück dazu ist False. Das gibt immer eine 1 zurück als Rückgabewert. Und dann können wir damit überprüfen, ob ein Programm fehlerfrei ausgeführt wurde oder dass das Programm von sich selbst meint, dass es fehlerfrei gearbeitet hat. Ja, und das können wir natürlich über so eine If-Abfrage mal überprüfen. Wenn, also wenn der Rückgabewert von dem, was davor stattgefunden ist, also so ein True hier, ungleich not equal, ungleich 0 ist, dann haben wir also einen Fehler. Dann gehen wir einfach hier, Fehler ist aufgetreten, einfach an die Standardausgabe raus, sodass man als Benutzer auch sieht, aha, da ist irgendwas falsch gelaufen. Oder der andere Fall ist eben, wenn das 0 ist, also Rückgabewert 0, dann ist das alles okay. Wenn ich jetzt hier einfach mal mache mit dem True, wenn ich das mal so ausgebe oder hier reinschmeiße, man sieht keine Ausgabe, aber hier Dollar-Fragezeichen gibt eine 0 zurück und wenn ich jetzt das Gegenstück mal mache, False, dann kriege ich hier als Rückgabewert eine 1, also einen Fehlerfall zurück. Wenn ich mir das jetzt einmal noch komplett nehme, einmal da, dann bekomme ich da zurück, es ist alles okay und wenn ich das, genau, hier einmal kurz modifiziere, wenn ich False draus mache und hier dieses zusammengebaute da reinschmeiße, dann kommt eben der andere Fall raus, im Fehler ist aufgetreten. Diesen zweiten Teil hier mit Else und dieser Bedingung hier müsste ich nicht machen, je nachdem, ob ich das brauche, ob ich, ja, so einen, falls das hier oben nicht zutrifft, Fall haben möchte, abbilden möchte, dann kann ich mit dem Else das hier machen, aber ich kann den Teil auch weglassen, wenn ich es nicht brauche. Jo, gut, was soll ich noch? Sehr stark. Da, na, ist eine Grenze? Oh. Währenddessen können wir auch noch mal ganz, ganz kurz Werbung machen für deine Webseite, ne, dort gibt es auch Schulungen für die Leute, die später zugekommen sind und so weiter, der Link ist einer der ersten in der Videobeschreibung, auch gerne mal anschauen und, ja, auch gerne einfach dort mal informieren, auch über andere Themen, ja, auf jeden Fall, auch würde ich sagen, ein sehr, sehr, sehr guter Lehrer, den man sich auf jeden Fall, ich würde mal sagen, wenn seine Stimme nicht versagt, auch stundenlang anhören kann. Aber, ich finde, bei anderen Schulungen, wo man nicht live ist, funktioniert es irgendwie auch besser, mit der Stimme, finde ich, besonders bei den Livestreams, da geht die Stimme schon aus irgendeinem Grund, richtig, richtig drauf. Von daher, verzeiht das hier dem Hauke, ja, aber schaut gerne mal die Webseite an, ich hau die gleich nochmal direkt in die Chats rein, gebt ja mir eine Sekunde. Genau, genau und, achso, zu den Schulungen sonst nochmal, also die Schulungen, die ich mache, die sind halt immer individuell zugeschnitten, also ich habe da nicht so eine Standardschulung, die für jeden passt oder so, also das sind solche Sachen, an die ich dann auch mit dem jeweiligen Kunden abspreche. Gut, dann kratze ich nochmal den Rest von der Stimme zusammen. Das hatten wir am Anfang auch schon mal gesehen. Man kann Tasten, ja, abfragen oder Eingaben abfragen, dafür gibt es dieses praktische Programm Read, das zaubert uns so eine Eingabeaufforderung auf den Bildschirm und speichert das Ergebnis in einer Variablen. Ich mache das einfach jetzt mal hier, ich füge das da mal ein, da ist eben diese Eingabeaufforderung A, B oder irgendwas anderes. Wenn ich jetzt mal ein X eingebe und in die Variable A, B sonst mal reingucke, was da drin steht, sollte ich auch richtig machen, dann steht da drin X, genau das, was ich eingegeben habe. Dann als weitere Verzweigung gibt es Case, also das klappert quasi verschiedene einzelne Felder ab, also überprüft den Inhalt von der Variablen A, B sonst und guckt dann nach, ob der Inhalt jetzt ein A ist, ob es ein B ist oder ein C, also der Fall B und C sind hier zusammengefasst, durch dieses, er ist ja auch wieder das Pipe-Symbol, aber in diesem Fall heißt es eben oder und dann wird das hier so ausgegeben oder dann haben wir noch als letzten Fall, was in anderen Programmiersprachen sowas wie Default heißt, heißt hier Sternchen, das wird dann dann ausgeführt, wenn alles, was vorher war, an Einzelfällen hier nicht zutrifft. Wenn ich das jetzt nochmal komplett mache, mal gucken, ob das hinkommt, und ja, das klappt sogar von der Formatierung, also A ist irgendwie langweilig, B und C kann man sich ja auch irgendwie vorstellen. Wenn ich jetzt nochmal wieder das X nehme, dann kommt hier, das ist was anderes, nämlich X und was ich hier machen musste, ich habe hier drin diese Anführungszeichen und innerhalb von Anführungszeichen wird ja interpretiert, also wird der Inhalt von der Variablen auch dort eingefügt und da ich nochmal Anführungszeichen da drin haben möchte, muss ich da diesen Schrägstrich da davor setzen, das Escapen, damit die Anführungszeichen da und da eben nicht als Begrenzung von so einem String verstanden werden, sondern wirklich direkt reinkopiert werden in die Ausgabe. Genau. Irgendwas wollte ich fragen. Ich weiß, weiß ich es noch, weiß ich es noch, weiß ich es noch. Achso, ja, genau. Diese, also, dieses Break gibt es nicht mehr, hast du, glaube ich, auch schon gesagt, ne? Dass dieses Break es nicht gibt, sozusagen, in diesem Case. Achso, nee, nee. Und du hast diese Semikolons, ne? Anstatt zwei Semikolons, genau. Also für die Leute, die das Break vermissen, das sind die beiden Semikolons. Und die Leute, die das gar nicht wissen, das heißt einfach, die muss man setzen, weil ansonsten geht der, springt der noch, wenn du A wählst, noch in den B-Teil über und gibt aus, das ist ein A und das ist ein A oder das ist ein B oder C, beispielsweise in dem Fall. Also würde er dann beides ausgeben, deswegen musst du diese beiden Semikolons da setzen, dass er dann da auch wieder rausspringt. Genau. Umgekehrt, wenn man jetzt noch ein Break einfügen würde, das gibt es ja auch als Kommando, dann würde man eine eventuell drumherum laufende Schleife auch damit beenden. Also von daher wirklich hier Semikolon nehmen, wenn man da die Ausführung von diesem Vergleich abbrechen möchte. Also eigentlich will man das ja immer, denn wenn das irgendwo reingefallen ist, das ist ja quasi wie so ein, ja wie so ein Sieb mit verschiedenen Löchern, wo man dann so guckt, aha, passt das in das rein, in das rein oder in das rein und irgendwo fällt es dann halt durch. Und wenn es in das A-Loch hier reingefallen ist, dann kann es ja auch nicht mehr ins B-Loch reingefallen. Also dann kann es da ja nicht mehr reinfallen. Also von daher macht das irgendwie keinen tieferen Sinn. Also entweder es ist A oder es ist B oder C, aber es kann nicht A und B gleichzeitig sein. Genau. Okay, gut. Ich kenne auch keinen einzigen Fall, wo das irgendwie Sinn machen würde. Imaginäre Werte oder so. Oder Schuldinger ist Variable. Entweder das oder wieder irgendwas mit schwarzem Loch und so, aber da bin ich einfach nicht in der Kernphysik drin. Das machen wir nächstes Mal. Richtig. So, ah, ich sehe das Ende. Das ist gut. Genau, also was eigentlich jetzt eher nicht so unbedingt was mit Bash zu tun hat, aber was praktisch ist, was man doch auf der Kommandozeile oder in so einem Bash-Skript mal verwenden kann, ist Z, der Streaming Editor. Das ist ein, ja, Texteditor, der nicht interaktiv ist, dem man, ja, einfache Kommandos übergibt und dann editiert der Textdateien nach, ja, regulären Ausdrücken oder sonst irgendwas. Damit das eigentlich so ein bisschen einfacher zu greifen ist, mache ich mir hier eine Textdatei. Da steht dann das drin, was ich vorher hatte. Es gibt eine Zeile hier mit A's, einmal mit B's und einmal ein einfaches C. Wenn ich das Ganze jetzt so ein bisschen anpassen möchte, dann habe ich hier die Möglichkeit, verschiedene Befehlsketten aneinander zu hängen, also mit minus E, Expression, also so ein regulärer Suchen-Ersetzen-Ausdruck oder Löschen-Ausdruck. Da habe ich einmal die, den hier und dann habe ich noch über das zweite Minus E noch einen zweiten hinter. Der erste macht aus jedem A, was vorkommt, ein X. Der Befehl ist S für Search, also Suchen, wobei es auch Suchen-Ersetzen ist, also Suchen, der erste Punkt hier, jedes A suchen und das zweite ist, wodurch es ersetzt wird. Und das G am Ende, das bedeutet Global, also wirklich jedes Vorkommen von A wird in ein X umgewandelt. Dagegen, wiederum hier Search, suchen wir nach B und machen aus B ein Y und dahinter fehlt das G. Darum wird das nicht global gemacht, darum wird wirklich bloß das erste Vorkommen von B, also in jeder Zeile wird einmal geguckt, ob es ein B ist und wirklich bloß das erste B wird ersetzt. Dann gucken wir mal, ob das stimmt, was ich gerade gesagt habe. Da wurden jetzt aus den A's ganz viele X'e und aus dieser Zeile mit den ganz vielen B's wurde einmal Y und viermal B. Also das ist eben der Unterschied zwischen dem G für Global, also Global anwenden und dem, ja, bloß einmal ausführen. Dann gibt es auch noch weitere Befehle, also dann gibt es hier D für Delete, also löschen, damit kann ich Zeichen, ja, Zeilen löschen, die irgendwelche Kriterien erfüllen, zum Beispiel hier Zeilen, die mit einem A anfangen, also das Dach, das ist für einen regulären Ausdruck, das bedeutet Anfang einer Zeile und Anfang einer Zeile, gefolgt von A, soll gelöscht werden. Das Gegenstück ist Dollar, das bedeutet Zeilen Ende und wenn ich jetzt da eine Zeile habe, die mit B aufhört, möchte ich die auch löschen und das Kommando steht in diesem Fall am Ende, also irgendwie Search steht am Anfang und Löschen steht am Ende, ist so. Hat sich mal jemand überlegt und soll so sein. Wenn ich das jetzt nochmal mache, einmal noch zur Klarheit, das ist eben die Eingabe A, B, C und das einmal darauf loslasse, dann wird die Zeile mit den A's gelöscht, die Zeile mit den B's gelöscht und die Zeile mit C, die bleibt erhalten, weil keins von diesen Kriterien, Löschkriterien, darauf zugreift und damit bleibt es erhalten. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man diese bearbeitete Datei nicht direkt auf der Shell ausgibt oder durch irgendwie Pipe umlenkt oder sonst was, sondern diese Änderungen direkt in der Quelldatei vornimmt. Da gibt es den Parameter minus I, also direkt da drin ändern. Das sollte man bloß machen, wenn man sich wirklich sehr sicher ist und das nicht irgendwie weiter noch verarbeiten möchte. Da habe ich jetzt als Beispiel nochmal eine Zeile, die am Anfang ein C hat und danach sofort das Zeilenende kommt. Also eine Zeile, in der wirklich bloß C steht, möchte ich auch entfernen. Das mache ich dann auch nochmal. Nochmal hier Kontrolle. Erstmal das hier. Sieht jetzt so aus. Dann rufe ich das einmal auf und jetzt gucke ich nochmal wieder rein und diese Zeile mit C, die ist auch wirklich verschwunden. Ja, und mit dem Streaming-Editor, da kann man, oder mit dem Stream-Editor, da kann man sehr viele verschiedene Dinge mitmachen. Also man kann man beliebig kompliziert machen. Und was man auch machen kann, diesen Trenner hier, also dieser Schrägstrich, der trennt diese einzelnen Bestandteile, also den Befehl von dem Subkriterium zu dem Ersetzkriterium auf, die kann man auch ersetzen. Wenn man jetzt, also Raute geht zum Beispiel, oder was ich auch häufiger mal genommen habe, ist dieses Gradzeichen hier. Das kommt relativ selten vor. So was kann man sich zunutze machen, wenn man Eingaben hat, die, ja, also wenn ich jetzt so was hier habe, wenn ich Echo Dev SDA habe und ich möchte den Schrägstrich ändern, dann könnte ich jetzt so was machen, nehme ich als Trenner dafür, jetzt nicht den Schrägstrich, weil ich den ersetzen möchte. und wenn ich jetzt bloß den ersten ersetzen möchte durch, ach, keine Ahnung, vielleicht so ein Sternchen und das so mache, dann ersetzt er mir jetzt den ersten Schrägstrich durch ein Sternchen und durch diesen Trenner hier habe ich mir das Leben ein bisschen leichter gemacht. und das geht mit anderen auch. Danke dir. Wenn du ansonsten jetzt ganz hinter den letzten Trenner in G schreibst, dann müsst ihr alle Dinger wieder wechseln, oder? Genau, ja. Ah, wie du hast dazugelernt. Wunderbar. Ansonsten nochmal ein kleiner Tipp vielleicht von meiner Seite, wo ich vielleicht auch nochmal kurz helfen kann, wenn euch diese ganzen Regular Expressions sehr spanisch vorkommen, dann habe ich da eine schöne Seite für euch, die ich euch empfehlen kann. Ich kann euch mal ganz kurz rübernehmen auf meinen Bildschirm. Hier haben wir einmal die Seite regxr.com, da könnt ihr irgendwelche Expressions tatsächlich reinhauen, die tatsächlich hier auch dieses Global sozusagen mit drin haben, also tatsächlich auch schon in diesem Set mit drin haben und dann könnt ihr hier einmal ja diese Regx-Pattern sozusagen bauen und dann einen Text da reinhauen und dann seht ihr, okay, gut, wo würde dieses Regx jetzt anschlagen? Das, genau, könnt ihr in, also da gibt es auch irgendwo, meine ich, ein Cheat Sheet, hier haben wir, da habt ihr ja nochmal alles schön aufgelistet und könnt das dann direkt live checken, ohne, dass ihr euch dann irgendwelche Textdateien nochmal hin und her schreibt, könnt ihr dann auch direkt live sehen. Finde ich eigentlich relativ schick gemacht. regxr.com habe ich schon häufiger verwendet, um solche Regx-Sachen zu bauen, weil ich muss sagen, ich kann die auch seit, ja, auch wenn ich es viel oder häufig benutze, kann ich nie auswendig und das zu testen, ist hier mit dieser Webseite regxr eigentlich ganz cool. Gibt natürlich auch viele andere, ich fand die jetzt persönlich ganz schön. Genau, super. Du hast, ja? Noch einen Nachsatz zu diesen regulären Ausdrücken. Es gibt fieserweise auch verschiedene Arten von denen. Also es gibt einmal diese Perl-Syntax und dann gibt es noch irgendwie weitere, andere davon. Also die können auch, ja, leider anders sein. Also ich weiß nicht, ob die Webseite das auch abbildet, dass du die Variante da auswählen kannst. Ja, je nachdem. Wahrscheinlich, ne? You know, Regx-Engine kann man auswählen. Okay. Das ist jetzt hier einfach JavaScript, also das ist irgendein GitHub. Ansonsten nebenbei, vielen, vielen, vielen Dank, ArraySound für die 99 Cent. Vielen, vielen, vielen Dank dir. Freut uns sehr, dass es euch so weiterhilft. Also ich sehe da auch ganz, ganz viel Lob. Ich glaube, du siehst es gerade heute gar nicht so, Hauke. Also die Leute sind sehr, sehr dankbar tatsächlich über die ganzen, über deine Anleitung. Und ja, vielen, vielen Dank dir, Hauke, dass du da die Zeit genommen hast. Und hat ja auch ein bisschen Arbeit im Voraus bedeutet. Also ich denke, wir alle haben hier sehr, 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 sehr viel gelernt. Und ich würde dir einfach nochmal den Bildschirm geben, dass du nochmal weitermachen kannst. Vielen, vielen Dank, ArraySound. Und zur Frage, ob meine Kaffeetasse ein unendliches Fassungsvermögen hat, nein, hat sie nicht. Der Trick ist, man kann was nachfüllen. Ach man, jetzt tust du mir hier das Verkaufsaugment für die Tux-Targetasse schon wieder hier rummachen. Aber wie ihr seht, es ist auch leer. Es ist auch leer. Von daher füllt sich die Tux-Tage fast von selber auf. Nein, Spaß. Also ich bin quasi Dev Null. Also ich kann da reinkappen, was ich will. Nein, kann ich auch nicht. Aber, genau. Sehr stark. Vielen, vielen Dank dir. Ich würde sagen, wir machen einfach direkt weiter. Genau. Also das wäre jetzt auch wirklich meine letzte Folie gewesen. Also hier, guckt mal auf meine Seite drauf. Wenn ihr euch für M23, für Softwareverteilung interessiert, natürlich auch gerne. Oder Schulungen zu diesem, jenwelchen Linux Open Source Bereich und so weiter. Und abonniert gerne auch meinen Kanal. Nicht der weiße, letzter Schluss ist auch unten. Genau. Absolut. Genau. Du hattest ja vorhin noch irgendwie gesagt, dass du noch irgendwas da hättest. Eine Aufgabe. Also ich hätte eine Aufgabe, wenn du noch Zeit und Lust hättest, wenn du sagst, nee, also meine... Kommt drauf an, wie viel ich dabei reden muss. Ich glaube, das ist schon... Also ich glaube, das ist nicht ganz so einfach. Es geht schon. Ich kann ja einfach mal das Verhalten zeigen und dann kannst du sagen, ja gut, mache ich oder sagst, ach nee, komm. Mach dann das selber. Ja, okay, okay. Und zwar, wenn ich zum... Oh nee, einen Moment. Meine Bildschirmausgabe spackt mal wieder rum. Ja, zack. Jetzt sollte es besser sein. So, ansonsten Users. Hier haben wir den Jean und der hat den Linux Assistant. Und ich möchte mir, ich habe es absolut unbeständig gemacht, die Download-Statistiken anzeigen lassen. Wie viele Leute haben das heruntergeladen? Ich habe bis jetzt das sehr rudimentär gemacht. Bitte nicht auslachen. Ich habe mir den API-Befehl hier rausgenommen, wo ich mir alle Releases anschauen kann und habe jetzt einfach mal die Zeilen halt genommen, wo Download-Count drinsteht. Das heißt, am Ende kriege ich alle, genau, Download-Zahlen halt aus, die jede Version halt hatte. Und da haben wir jetzt aktuell diese Zahlen. Das möchte ich jetzt eigentlich zusammenzählen. Bis jetzt, nicht auslachen, bin ich in den Text-Editor gegangen, hab mir das sozusagen, dann so entfernt über Massen entfernen und dann das am Ende zusammengerechnet. Ich glaube, in der Excel-Tabelle oder sowas. Habe ich auch nur bis jetzt zwei, dreimal gemacht. Aber ich glaube, das wäre cool, wenn man das irgendwie automatisieren könnte. Wenn du sagst, das schaffst du relativ zügig, dann machen wir das. Wenn du sagst, oh nein, komm, ist auch voll okay. Nee, ich würde sagen, das kriegen wir schon hin. Kannst du das Ding einmal... Ich schicke dir das, was ich hier habe. Genau. Und dann kannst du mal weitermachen. Das ist jetzt hier einmal... Boah, jetzt muss ich unseren Chat suchen. Da sind wir. So, ich schicke dir das einfach mal rein. Ich hoffe, dass er das so nimmt. Genau. Also müsstest du erhalten haben. Der hat das leider jetzt verkürzt. Dachte ich mir fast. Der fiese Möp. Ich schicke es dir. Ich kriege es da glaube ich auch einzeln raus. Du kriegst es... Ich schicke dir einen Link einfach, wo dieser Befehl drinsteht. Dann kannst du den einfach öffnen. Also ich habe dir jetzt einen Link geschickt, wo dieser Befehl direkt drin ist. Okay. Genau. Irgendwie so. Ansonsten, genau. Ich will dir nicht zu viel Aufwand machen. So, ich teile euch wieder Haukes Bildschirm, weil der ist viel spannender als meiner. Na, mal gucken. Ah. Was? Achso, ah. Mach mal mit CURL. Mach mal mit CURL. Und, äh, warum hast du GetDownloads? Das ist... Achso, ne, 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 ne. Das ist der Befehl, wo du, ähm, wo du diesen Befehl nach... Also wo du diesen Befehl, äh, dir anzeigen lassen kannst. Achso. und da ist so viel Bluffhase drumrum. Wahrscheinlich, ja. Na, wird alles geladen. Und deine Großmutter auch noch dazu. So, schau mal. So, ah, okay, okay. Ja. Das ist der Befehl. So. Gut, okay. Mhm. Genau, ne. Ja. Dauert ein Momentchen der API-Befehl. Ja, das zerstört mir nebenbei immer den Updater. Äh, gut, weil es runterladen jedes Mal so ein bisschen braucht, schuppse ich das erstmal in eine Datei. Aber das macht es ja. So, äh, was war der hier? Da. Grab Download Count, ne, ist es in dem Fall. Jetzt, jetzt kann man ja verschiedene Sachen mal darauf anwenden, ne? Also wenn ihr... Genau, jetzt mach mal, jetzt mach mal. Das ist quasi jetzt die Leistungsüberprüfung, wer bis jetzt aufgepasst hat. Was ist das? Ja. Was ist das für eine Art im Gegensatz zu... Warte mal, oh ja, warte mal. Ähm, zu dem... Ähm, 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 nochmal. Ich muss sagen, so genau habe ich nicht drauf. Ich wüsste es nicht, ich wüsste es nicht. Du kannst dir ja die Aufzeichnung hinterher nochmal angucken. Ich gucke mir die Aufzeichnung nochmal an, ne? Ne, ich wüsste es nicht. Genau. Ich glaube, in dem Moment war ich kurz weg, ne? Na, nicht was. Ja, bestimmt. Dann musstest du auch den Raclette-Grill einmal anheizen. Richtig. Gesponsert. Boah, wir haben mal eine Sponsoring-Anfrage von einem Raclette-Hersteller bekommen. Ich hätte, ich hätte annehmen sollen, ich hätte annehmen sollen. Das wäre ultra witzig gewesen, wenn wir da unsere Raclette gemeinsam machen. Aber gut, ähm, ja, machen wir mal weiter. Für den 1. April hätten wir das machen müssen, mit so richtig so einem Käse drauf, der so farb... Oder, nee, Käse-Fondue, das wäre wahrscheinlich noch besser gewesen. Und dann zieht das alles hier mit Fäden vor. Ja, ja, ja. Aber nein, dieses Mal haben wir was anderes vor. Boah, ich frag da vielleicht irgendwo mal an, ne? Für diesen April haben wir schon, für den nächsten wäre das echt witzig. Ja. Ja, ja, ne, also falls irgendwie hier, keine Ahnung, eine Schweizer Firma uns zufällig mal Käse-Fondue sponsern möchte, ne? Immer, eure Gelegenheit für einen 1. April, da machen wir denn was Lustiges mit Käse. Hm. So, gut, ähm, wieder zurück dazu. Also, ähm, gibt natürlich verschiedene Varianten, wie man das machen kann, von, äh, primitiv bis zu, hochgradig kompliziert. Also, ich würde jetzt so ein, dieses Problem zerlegen in viele kleine einzelne Stückchen machen. Ähm, es gibt auch die Variante, es gibt, äh, einen weiteren, ähm, ja, Text Editor ist zu wenig gegriffen. Also, es heißt AWK, das ist, ähm, äh, letztendlich eine Programmiersprache, mit der man Texte bearbeiten kann. Also, da gibt's auch Schleife, Variablen und sonst irgendwas, reguläre Ausdrucke, äh, drücke ganz kompliziertes Zeug, was man damit machen kann. Wenn man damit richtig umgeht, ist es auch sehr performant, und so weiter. Aber für, für den Zweck hier würde ich es jetzt in, ja, Quick and Dirty quasi machen. Äh, was ich ja auch mal gerne benutze, ist, das heißt, cut das Ding, das schneidet eben ab, an verschiedenen Stellen. Und ich nehme mir jetzt hier, ähm, ne, Moment, Minus D für die Limiter, Trendzeichen, was, was ich hier in der Ausgabe habe. Also, hier, Doppelpunkt, Trend, Variablen, Bezeichner vom, vom Inhalt. Da kann ich jetzt angeben, Minus F, welches Feld ich haben möchte. Wenn ich jetzt Feld 1 nehme, dann habe ich das, was davor steht, vorm Trenner, aber ich möchte das, was, ähm, nach dem zweiten steht. Wenn, wenn ich das jetzt primitiv weitermache. Mhm. Mach's einfach primitiv weiter. Ich stehe auf primitiv Sachen. Also, man kann es auch mit regulären Ausdrücken filtern. Ich will jetzt hier am Anfang das Leerzeichen loswerden. Mal wieder genauso, Feld 2, zack. Und jetzt kann man noch das Komma nehmen, ne? Genau. Dann nehme ich jetzt noch das. Und dann das Feld 1 nehmen. Genau. Boah. Nicht nachgeschaut, ja? So, genau. Okay, stark. Und jetzt dürfen wir das zusammenzählen, ne? Und, ähm, Ja, jetzt gibt's ja verschiedene, äh, Möglichkeiten, was man damit macht. Ich könnte jetzt zum Beispiel das als Eingabeliste, äh, nehmen, in eine Vorschleife knacken und dann einfach, ähm, hintereinander eine Variable hochzählen und immer aufaddieren. Das wäre eine Möglichkeit. Dann Ansonsten AWK schreiben auch, also hat jemand geschrieben, total gleich, total plus und dann halt die Zahl. Irgendwie sowas. Das könnte man, wie trenne ich das denn da? Da müsste ich ein bisschen rumbasteln, bis ich das hinkriege mit geschweiften Klammern. Nein, also. Ähm, von daher würde ich das jetzt auch einmal primitiv machen. Mach's bitte primitiv. Also schöner kann man solche Sachen immer noch machen. Also AWK ist echt eine, eine coole Sache. Äh, 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 genau, darf ich's denn? Äh, äh, aber das Ganze auch einmal hier wieder sinnvoll mit dem Interpreter davor packen. Und wenn ich jetzt vor, äh, nach D für Downloads, dann, achso, ah, der ergänzt das sogar. Mhm. Dann fehlt noch ein In. Also die, die Liste hier mit den einzelnen Zeilen wird hier einmal generiert mit den einzelnen Download-Zahlen und pro Schleifendurchlauf wird in D die aktuelle Zahl reingeschmissen, in die Variable. Du, dann, und hier, ich nenne die Variable mal alles. Und das war hier alles gleich eckige Klammer für dieses, ähm, damit im Plus, ne? berechnen, ähm, ja, also für, für dieses tolle Kommando mit berechnen und so und hinterher ausgeben. Du bist klasse. Das wäre jetzt hier so meine schmutzige Variante. Das ist, ich finde die gar nicht schmutzig, ich finde die gut. Also das mit dem Cut ist ein bisschen schmutzig, aber das passt. Ne, viel, viel, ja, stark, stark, So. Genau, und jetzt ist es so 2025. Sehr stark, sehr stark, genau. Und das, ähm, ich habe das dazwischen gespeichert in die Datei hier, aber wenn man das jetzt mit dem ursprünglichen da macht, mit dem, mhm, dann, genau, kann man wahrscheinlich einfach hier in dem C-URL machen, man muss wahrscheinlich in dem C-URL wahrscheinlich noch was eingeben, sonst schmeißt es dir zu viel raus, kann das sein? Ne, also diese, diese Ausgaben, die da kommen, die sollten eigentlich, also die ist mit, äh, ich habe jetzt so viel Prozent runtergeladen, das sollte eigentlich im, Sollte nicht kommen, okay gut, check, dann passt es. Also das sollte auf dem Fehlerkanal landen, Okay. Dass du wirklich eine saubere Ausgabe, genau, ne, also hier hast du wieder die 2025 und davor dieses, Stark, ja gut, dieser Fehlerkanal da rein, genau, cool, Dankeschön, ja, und so Leute, haben wir gelernt, dass man eigentlich nur einen YouTube-Kanal braucht und sich dann auch Arbeit selber erledigen lassen kann und man schaut blöd zu, viel, 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 vielen Dank, mega cool, ja, aber schau, ne, das ist sehr cool, aber mit dem, mit der Summe hätte ich es dann, glaube ich, also gut, eigentlich kann ich ja programmieren, so ist es nicht, ich hätte es wahrscheinlich, ähm, so wie ich bin, wahrscheinlich in Python gemacht, weil ich da vertrauter bin, ähm, aber, äh, genau, ja, tatsächlich, ne, also diese Summe, diese Summe, die war dann sehr einleuchtend, tatsächlich, ich hätte gedacht, vielleicht gibt es nochmal so einen Sum in Bash oder sowas, ne, ähm, aber gibt es dann dann nicht, ähm, aber das ist dann eigentlich, ja, je nachdem, aber du kannst es komplizierter machen, wahrscheinlich, wie du willst, ne, also, gibt es dann schon? Also, also, dem, das, oder sagen wir mal, das Schöne an der Bash ist, ja, also der, in der Bash selbst sind so ein paar Grundfunktionen mit drin, also die gibt, da gibt es jetzt auch kein, ähm, keine ausführbare Datei auf der Platte, aber du kannst ja alles mit einspannen, was irgendwie aus, äh, irgendwie so so ein Kommandozeilenprogramm ist und da eine Ausgabe akzeptiert oder einfach irgendwas macht, das kannst du damit ja erweitern und du kannst ja beliebig viele Pakete, ähm, äh, dazu installieren, die ja noch tolle Funktionen bringen und ich weiß nicht, also, hier Sum habe ich jetzt gefunden, ich weiß es nicht, ach nee, okay, gut, das prüft jetzt was anderes. Okay, ja, das ist eine Summe, eine Checksumme, ja, ja, nee, aber, ja, wahrscheinlich gibt es dazu irgendwas, ne, ganz klar, ne, ganz sicher. BC gibt es auch noch und, ähm, ja, aber dann, das ist dann, ja, also mit BC kannst du auch noch was berechnen, okay, ach, mach dann wieder File, und File Names und so weiter, ne, ja, also ich, ja, ja, also es kann auch irgendwie rechnen und vielleicht kann BC auch summieren, Liste, ich weiß es nicht, ja, aber sehr, sehr cool, ne, dann, ähm, genau, ja, wir wollen es doch primitisch, Erfolg. Genau, das sowieso. Absolut, 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 ja, nee, vielen, vielen, vielen Dank, ja, mega, ja, ja, schön, gut, ne, dann, ähm, genau, ne, dann, aber dann nur nach Regeln von Asterix und Obelix, ihr habt euch jetzt darauf aufgehangen, ne, ja, kann ich ja nachvollziehen, hätte ich genauso, hätte ich genauso, so, sehr stark, genau, genau, cool, wunderbar, ja, dann haben wir doch direkt noch mal ein bisschen Anwendung gefunden, ne? Ja, genau, genau, man kann es wirklich benutzen, es ist nicht einfach bloß irgendwie was, was auf Folien klebt, sondern, ne, das stimmt in der Tat, man kann es wirklich brauchen, ne, so, genau, gut, gut, sehr gut, dann, äh, sind wir eigentlich auch schon durch, oder, wenn du nix weiter hast? Ich denke, ich bin auch durch genug, ne, und von daher reicht es. So oder so sind wir durch, genau, ja, ähm, ähm, und, äh, da erst mal vielen, vielen, vielen Dank dir, ähm, für die, äh, für die Sitzung heute, war richtig, richtig informativ, wir haben, glaube ich, auch, ich glaube, im zu höchsten Zeitraum, ich glaube, haben wir über 70 Zuschauer gehabt, tatsächlich auch, bei einem doch sehr technischen Thema, sehr, sehr cool, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank da für euch, und, ähm, genau, dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder, bei einem weiteren spannenden Thema, ähm, wo ich natürlich genau weiß, was das ist. Der Fragestunde. Die ist die Fragestunde, am Anfang März wieder, genau, genau, dort, ähm, könnt ihr uns dann alles rund um Linux, und vielleicht auch die Bash, und noch viel, äh, viel, viel mehr, dann fragen, ähm, und, ähm, genau, stehen euch da natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite. Ja, ansonsten, ähm, schaut auf, äh, Haukes Webseite vorbei, der Link ist in der Videobeschreibung, schaut auf Haukes Kanal vorbei, nicht dabei ist ja jetzt der Schluss, das ist da viel, viel technischer als jetzt bei Linux Guides, also für die, die es, ähm, ziemlich technisch mögen. Meistens. Ja, meistens doch, ja, auf jeden Fall, fast immer, ne? Heute kam gerade, wie man SVG-Dateien optimiert auf Größe, also, äh, mit Inkscape auch. Na, beispielsweise. Also, ich hab auch, also, je, je nachdem, was mir gerade begegnet, ne, ne, also sowohl berufliche, als auch private Projekte, da ist es eine bunte Mischung, aber, äh, natürlich, äh, ja, so deutlich weniger, äh, Einsteiger-Sachen als bei dir, klar. Genau, bei mir ist mehr Clicky-Bunty, bei dir ist mehr, ne, schaffen wir mal was? Ich, äh, hab jetzt immer noch mal, mehr Tippi-Tippi. Mehr Tippi-Tippi. Genauso. Genauso, ja. Ähm, schaut euch das gerne mal an. Sehr, sehr viele spannende Themen, ähm, hast jetzt letztens die tausend Abonnenten geknackt und es geht ab wie nur was, ne? Schon 1100 Abonnenten, ne? Jetzt kann man gar nicht mehr mitzählen. Ähm, ja, schaut euch gerne auf diesen Kanal vorbei, ich, äh, pack euch den auch noch mal in die Videobeschreibung beziehungsweise in die, ähm, in die Chats und schaut da wirklich sehr, sehr gerne vorbei. Ist ein ganz cooler Kanal, wo ich auch immer mal wieder reinschaue und, äh, eigentlich immer was Neues lerne. Also, das ist, äh, wirklich cool, ne? Auch mit ganz viel Witz und Spaß teilweise oder auch Spiele beispielsweise, äh, hast du ja auch schon mal, äh, bei den Toxtagen gehalten. Genau, ja. Halloween-Special. Das Video, an dem ich am letzten, äh, am längsten gesessen hatte, das war diese, diese lange Version von dem, ähm, ja, Spielen unter Linux. Spiele-Vortrag, ne? Oder hier die, äh, Frühstücksexperten vor, äh, der letzte April, nee, war für, 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 für die Kieler-Linux-Frage. Schaut da gerne mal rein. Es sind, äh, sehr, sehr viele Videos, äh, mit sehr, sehr viel Liebe muss man, viel Liebe gemacht, muss man sagen, auch sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Ähm, und, ähm, also, schaut euch das auf jeden Fall an. Ähm, ähm, ist ein cooler Kanal, muss ich sagen. Ne? Das, äh, wäre es soweit gewesen. Äh, hättest du noch was? Nö. Also, ich glaube, ich bin eigentlich, äh, durch genug für heute. Also, es reicht. Richtig, ne? Absolut. Wunderbar. Wunderbar. Hauke ist nicht auf Twitch, schreibt absolut dieser Name, ne? Ne, das ist leider nicht auf Twitch. Ähm, und, äh, genau. Da schreibt auch jemand, ja, wer kennt diesen Kanal denn bitte nicht, ne? Das ist natürlich auch die richtige Frage. Ich bitte natürlich vielmals um Verzeihung, ne? So, wunderbar. Dann wünsche ich euch noch, äh, einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns am Freitag wieder, am Sonntag wieder zum Newsvideo oder nächsten Dienstag zur Fragestunde. Und, ähm, bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und vielen, vielen Dank dir, Hauke. Jo, gern auch, gern. Gut, gut. Jo, und tschüss. Ciao. 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 FPS ATR .